herzlich willkommen zu einem neuen tech talk tech talk 23 ein corona special heute mit steffen kolb und dem david sondermann und dem georg himmer genau wir drei sind heute mal hier am start nicht zusammen irgendwo sondern im home office oder wir machen telearbeit wie so schön in deutschland fand ich ganz witzig meine azubi hat mich noch azubi hat mich gefragt ja ist es wirklich der ernst heißt es wirklich so eine arbeit ich kenne es auch so es heißt wirklich telearbeit wir sind ja auch in deutschland wir haben sogar leute die haben noch einen daheim arbeitsplatz ein daheim arbeitsplatz das ist ja warum nicht ich meine gut in bayern ist sowieso alles ein bisschen anders aber telearbeit ist halt der offizielle begriff für das ganze als wenn du home office machst und es ist ja auch schwierig ja weil home office muss halt gewisse voraussetzungen erfüllen und das ist halt wir sind in deutschland das ist ganz schwierig arbeitsrecht und so arbeits genau genau da kommen wir aber später noch mal dazu weil das ist eigentlich ich bin ja schon mitten im thema wie ich habe ja noch gar nicht eingeleitet mensch ja naja gut ich meine dass die überschrift sagt schon alles und ganz ehrlich also wer nicht mitgekriegt hat was aktuell auf der welt los ist der muss ja wirklich unter einem stein die letzten wochen verbracht haben ich weiß nicht wie es euch geht aber ist so die letzte woche die war richtig krass du hast ja in den ganzen news tickern da kann man ständig irgendwas rein alle fünf minuten irgendwas neues und das wird abgesagt das wird abgesagt der macht die grenze dicht und das ist irre also allein schon wenn man ich habe dann irgendwann die push notifications von diesen nachrichten apps auf dem smartphone die habe ich dann deaktiviert weil es halt einfach zu heftig war weil du einfach irgendwie diese ganze flut an informationen die war irgendwie für mich viel zu viel auf für meinen geschmack ich weiß nicht es war irgendwann kunst einfach also ich habe irgendwie auch die ntv app auf dem handy mir mal installiert gehabt weil das kam ja im minutentakt kam da die sachen reingeplätschert und ich kann sich null konzentrieren in meinem daheim arbeitsplatz tele arbeit was auch immer wie man es nennen und schimpfen möchte also brutal ja teilweise konntest du wenn du die app aufgemacht hast du hast die die kurz news gerade gelesen dann kam schon wieder die nächste und musst wieder zurück swipen also wahnsinn ja der georg ist ja du bist ja mehr oder weniger als schüler ja betroffen von der ganzen situation wie war das eigentlich bei euch ihr seid ja gehe ich mal davon aus nach den osterferien ja noch ganz normal in die osterferien die faschings ferien es sei der ja noch ganz normal in die schule gegangen und ja und dann hieß es wahrscheinlich irgendwann so jetzt jetzt müssen wir hier jetzt kommt er nicht mehr ja also das hat sich letzte woche schon so langsam angedeutet das war so ab mittwoch gab es ja schon so erste diskussionen können sein und dann am breitag haben wir es dann eindeutig bekommen dass wir halt jetzt für ins also dass wir die drei wochen bis zu den ferien zu hause bleiben und noch die zwei wochen wo wir so osterferien hätten ja genau also ihr habt aber wahrscheinlich wie die meisten schulen habt ihr ja dann auch unterlagen bekommen schätze ich mal genau das war ein bisschen bei uns ein kleines oder größeres chaos weil sagen wir mal so ähm wir haben es zuerst auf padlet versucht aber padlet ist momentan überlastet padlet nennt sich das ok ja kann man halt dann dokumente hochladen und freigeben mit dem passwort ok also sowas wie dropbox nur halt für schulen oder wie genau das ist sowas ganz simples eigentlich ja und war überlastet genau also das hat man kaum mehr aufrufen können ok na gut das macht sinn und und jetzt seid ihr dann wahrscheinlich von diesen dingen weggegangen schätze ich mal genau jetzt sind wir hergegangen und sind auf office 360 um genau zu sagen 365 nein 365 das ist die schule vision ja genau da fehlen fünf tage da fehlen fünf tage genau die schalte audition na gut das wäre dann wird auch nicht passen aber genau jetzt seid ihr umgestiegen und das funktioniert jetzt oder genau das ist momentan noch am anlaufen da wissen teilweise auch die lehrer noch nicht ganz wie sie damit umgehen sollen aber ich finde es eigentlich relativ praktisch also wir machen es nämlich jetzt mit unserem mathe lehrer jeden tag eine mathe stunde aber du kennst du kennst ja auch du kennst ja auch office 365 teilweise schon von kurs of you wir nutzen das ja hier auch schon ist es eine eigene version oder ist es vergleichbar mit der version die wir nutzen bei kurs of you das ist eigentlich vergleichbar mit der version wahrscheinlich sogar das gleich der gleiche plan oder wie das bei microsoft teil heißt in der cloud ja krass aber das sieht man mal klar es gibt lehrer die können damit umgehen aber die meisten die hat es wahrscheinlich kalt erwischt die hätten wahrscheinlich nicht träumen können dass sie kurz vor ihrer pensionierung noch mal was lernen müssen was neues genau mit der das ist das erste und dann mit der cloud in berührung kommen das ist ja ganz schlimm und deutschland und cloud ist geht ja überhaupt nicht also das ist schon ja das ist sehr sehr lustig weil wir haben tatsächlich eine lehrerin die das ist ihr letztes jahr und die hat sich sehr aufgeregt über die digitalisierung ja ich meine man kann es irgendwie nachvollziehen nur wie will sie das problem anders lösen ich meine sie könnte jeden jeden tag rumfahren und euch irgendwie einen pack kopierpapier vor die türknall dabei corona verteilen ja oder ich meine es gibt halt keine andere möglichkeit und das ist halt ihr habt ja eigentlich dass die schule hat ja eigentlich wenn man es mal so sieht die schule hat ja eigentlich einen entscheidenden vorteil dadurch dass ja in der schule alle tätigkeiten bis auf vielleicht sportunterricht oder keine ahnung musikunterricht oder irgendwie sowas oder irgendwelche ags kann ja eigentlich alles über tele schule gemacht werden oder halt remote das ist ja der große vorteil das kann die ganze wirtschaft nicht von sich behaupten wir haben halt so viele jobs in deutschland die man halt eben nicht aus dem ja home office so machen kann und deswegen also ist die schule ja eigentlich schon in der in einer gewissen position die eigentlich nicht so ganz schlecht ist muss man ja auch dazu sagen naja aber mathe lehrer und ist dann über teams wahrscheinlich dann genau über teams und das machen wir da über diese videosoftware was auch noch ganz praktisch ist er kann auch den unterricht aufnehmen das heißt wenn wirklich jemand corona hat oder grippe und wirklich krank im bett ist und wirklich nicht mitmachen kann ja dann kann sie sich das nachträglich noch anschauen aber das ist halt ihr seid schon verpflichtet daran teilzunehmen also das ist jetzt nicht so dass man einfach sagt naja gut ich kann es mir eh die aufzeichen wie studenten machen würden dass man dann einfach sagt okay die aufzeichnung gucke ich mir in der woche einfach mal an also ihr habt eine anwesenheitspflicht oder nicht also es heißt von offizieller seite wenn sowas organisiert wird ja aber ich glaube bei dem mathe unterricht wahrscheinlich nicht das ok den lehrer wahrscheinlich nicht interessieren ja okay okay ja und er ist es dann wirklich richtiger unterricht das heißt er schaltet auch mal zu dir und zu dir an schreibtisch oder ist es wirklich einfach nur ja ein dozent der ihren vortrag hält dann in dem fall also er schaltet auch schon mal zu uns wenn wir was zeigen wollen aber also es ist jetzt nicht komplett es ist keine präsentation in dem sinne dass jemand so starr da vorne steht monolog ist es nicht ja so monologen ja es ist schon richtiger unterricht ja es ist ja wirklich vorbildlich also muss ich ganz ehrlich hätte ich jetzt nicht gedacht man muss ja auch mal das positive draus ziehen wir wollen übrigens das nur vorneweg jetzt mal unabhängig heute ist übrigens man muss das ja mal dazu sagen der 18 dritte und wir wollen jetzt mal einen anderen blick auf corona werfen falls jetzt jemand hier erwartet hat dass wir jetzt hier auf irgendwelche medizinischen sachen im detail eingehen wir sind technik podcast und deswegen wollen wir halt auf die technischen sachen auf die digitalisierung auf die maßnahmen auf vielleicht ideen anregungen eingehen und weniger auf das auf die krassen medizinischen hintergründe die da sind und auf die aktuelle newslage so das nur mal so am rande nee aber das überrascht mich halt echt dass der so damit umgeht weil das ist ja eigentlich das was andere länder schon länger machen was die skandinavier schon machen was ja auch in den usa scheinbar relativ was kein problem darstellt ich weiß nicht wie sieht es eigentlich bei bei dir aus oder bei euch in der klasse gibt es da viele leute die ich meine du bist ja auch jahrelang leid geprüft gewesen die probleme haben daran teilzunehmen weil einfach das internet scheiße ist hallo ja ja dann ja wo man was vom thema hatten internet genau ganz kurz mir dazu gerade noch einfällt weil ja ich bin zwar nicht mehr in der schule werden schon fertig aber ich habe gerade im verschlüsselten thema chat mit meinen azubis gelesen dass die beiden sehr alles die sehr sehr traurig sind dass jetzt die zwischenprüfung ausfällt und nicht nachgeholt wird also es ist echt krass also die die haben ja vorher schon die ganze zeit sich aufregt weil wir auch gesagt haben ne da sind irgendwie tausend leute in der halle zusammen gefärcht und in der aktuellen lage sehe ich da jetzt eigentlich nicht so wirklich den sinn warum man das durchziehen müsste aber die ak hat offiziell ist gepostet also geschrieben alle weiterbildungsprüfungen die im zeitraum vom 16 märz bis 24 april stattfinden sollten werden abgesagt zwischenprüfungen werden nicht nachgeholt da sie eh nicht ins endergebnis einfließen also auch in dem fall eine krasse sache und bei uns bieberufsschule war relativ schnell dicht weil es nämlich einen schüler gab der corona bestätigt zwei tage lang in die schule gegangen ist und dann haben sie natürlich ganz schnell die schule dicht gemacht und haben man unsere azubis und auch gleich gesagt hey leute ja bleibt jetzt 14 tage zu hause ja keine ahnung also das ist dann auch erst nach zwei tagen hatte ja ist das dann wohl mal rausgekommen und dann haben sie halt gleich gesagt okay jetzt machen wir alles dicht hier richtigerweise aber eigentlich schon zu spät aber sie haben es vorher anscheinend nicht gewusst ich weiß es nicht ja aber wenn also was ist das für na gut aber das ist halt so ein bisschen ich gerade bei schülern ich möchte jetzt niemanden da irgendwas unterstellen aber man kriegt es ja auch mit wenn du siehst die leute die da irgendwelche corona partys feiern die haben halt einfach den schuss nicht gehört also man natürlich darf man das habe ich glaube ich auch schon im letzten podcast wo man das mal kurz angesprochen habe ich ja auch schon gemeint ich bin weit davon entfernt dass man da völlige panik schürt aber man muss es einfach ernst nehmen und das ist ein asoziales verhalten gegenüber den leuten die halt einfach ja risikopatienten werden könnten oder risiko behaftet sind für sowas viele wissen es ja vielleicht auch gar nicht und da ist es halt einfach ein asoziales verhalten und wenn ich halt weiß und schon unter denjenigen bin der einfach gewissheit hat sind ja auch ganz wenige leute die überhaupt die gewissheit haben ich habe es ja jetzt erst hier mitgekriegt weil mein vater hier arbeitet ja an der schule und er weiß es halt einfach nicht er hätte auch gern die gewissheit dass er sagen kann ich habe nichts aber er hat halt auch mit vielen lehrern schülern kontakt rektoren was auch immer alles und er weiß es halt einfach nicht und er könnte mich ja auch schon längst angesteckt haben und bei jedem husten oder so denkt man natürlich gleich das könnte corona sein ja wunderbar toll deswegen also da bringt halt auch einfach nichts wenn man sich da total fertig macht aber es bringt halt einfach was wenn man es ernst nimmt und halt so die gewissen regelungen einfach einhält und auch so sachen wie ausgangssperren halt oder oder auch so einfach nur die bitte einfach mal berücksichtigt wenn die politiker und wissenschaftler und virologen sagen leute geht erst mal auf abstand hygiene ganz klare sache und geht halt nach möglichkeit nicht die ganze zeit raus oder irgendwas also das ist kann ich irgendwie nicht nachvollziehen dann noch in die schule zu gehen ja ich finde es auch krass aber noch mal zum schulthema zurückzukommen ja also ich weiß nicht ich finde es gut dass die schule natürlich dann gleich dicht gemacht haben was ich aber krass finde ich weiß nicht was für eine schule er geht nochmals aber bei uns die berufsschule für medienberufe die bekommt sowas nicht hin aber ich meine die bekommt ja sowieso schon nicht mal irgendwas geschissen muss ich sagen und das traurig dass noch nicht mal so eine it schule es schafft da irgendwie was bereitzustellen die haben auch irgendwie dieses moodle oder mebis aber das ist ja jetzt auch nicht so der wahre hammer also ich wir haben es ja ich habe es heute ja noch im anderen podcast von bits und so gehört wo du ja auch erzählt hattest und habe mir nur gedacht nee also das ist es ist so ein nee also das wünsche ich meinem todfeind nicht an den hals dieses system ja moodle ist wirklich schwierig vor allem es ist halt es ist so ein bisschen wie jumla das ist irgendwann mal vom open source laster runtergefallen und irgendwann haben halt tausende organisationen sich darauf eingeschossen aber eigentlich willst du es nicht mehr haben aber jetzt ist es schon mal so integriert und bei unserem bildungssystem ist es halt schwierig wenn es einmal im einsatz ist dann wird es auch so schnell nicht mehr nichts mehr gemacht wird natürlich nicht ich sehe das ja auch bei meiner alten schule wo ich war die haben 2005 gott ist schon ewig her wir haben die mal sich auf jumla eingeschossen ja die jetzige website die ist immer noch jumla und das ist immer noch eine veraltete version von jumla das heißt also wenn ich jetzt wirklich gehässig wäre könnte ich da einfach mal drauf losgehen und mal ein paar schwachstellen ausnutzen und das ist halt einfach echt schwierig aber gut naja aber es ist ich bin wirklich hat mich jetzt echt überrascht weil ich habe eigentlich so er gedacht dass es eine totale katastrophe wird was ich ja auch schon von anderen betroffenen gehört habe dass zum beispiel die waren ja auf dieser mebis plattform und dass die da halt dann irgendwann gesagt haben okay scheiße bringt nichts wir müssen einfach dropbox benutzen dann wird halt dropbox benutzt was da jetzt ein datenschützer dazu sagt das ist wieder eine ganz andere geschichte mit dsgv oder so aber letztendlich die lehrer wollen sich halt auch behelfen die wollen ja dass es irgendwie weitergeht oder das halt ihr ihr stoff vermittelt wird und dann nutzt man halt irgendwas und dann das führt halt dann auch zu datenschutzrechtlichen problemen wieder wenn man dann solche plattform nutzt ganz schwierige nummer heute gut wie formuliere ich das jetzt dass das das keine rückschlüsse auf auf die jenige organisation kunde firma naja auf jeden fall ich überlege mir was zurück zum georg georg bist du wieder da hast du wieder mikrofon ja ich bin da man hört dich wieder perfekt mumble hat komischerweise einfach das mikro umgestellt ja das macht open source software manchmal nein quatsch open source ist gut wo waren wir jetzt bei dir genau also der unterricht findet ganz normal statt aber nur bei dem matte lehrer weil der hat es scheinbar drauf der ist wahrscheinlich auch ein bisschen jünger oder interessiert sich für technik lass mich interessiert sich für technik genau und meine frage war ja noch gewesen jetzt weiß ich sie wieder gibt es bei euch leute die nicht daran teilnehmen können weil das internet bei denen so scheiße ist eigentlich nicht bei uns ist momentan bloß das problem mit den accounts eben weil es war noch ein bisschen so der hickhack weil wir hatten noch so alte accounts und jetzt hat die schule gesagt okay wir legen 1000 neue an ich glaube auch was da ich weiß glaube ich auch was da dahinter steckt microsoft hat das ist auch ein ein tipp übrigens für alle leute die hier zuhören microsoft hat jetzt in der corona krise ein halbes jahr lang office 365 business kostenlos für unternehmen stellen die bereit also jedes unternehmen kann halbes jahr lang kostenlos office 365 nutzen und vielleicht hat die schule das gemacht weil es kostet ja nichts könnte ich mir vorstellen ist eine weiße entscheidung von microsoft also ich wollte es gerade sagen ich meine die profitieren natürlich ultra davon aber ich meine vielleicht ist es auch die chance mal in man muss es auch ein bisschen positiv sehen mal den leuten zu zeigen was technisch überhaupt möglich ist auch leuten die sich normalerweise mit zum thema null beschäftigen würden aber jetzt sind sie damit gezwungen damit zu arbeiten und vielleicht das ist ja meine hoffnung die ich so insgeheim aus dieser ganzen krise ziehe so schlimm wie das alles auch ist aber dass man vielleicht aus der krise rausgeht und dann sagt hey die ganze technik die war eigentlich gar nicht mal so scheiße und warum und vielleicht auch mal hinterfragt und sagt muss es jedes mal ein meeting sein in einem meeting raum oder kann man auch mal ein video call machen oder so oder in firmen ich meine wir sind in deutschland dass halt firmen auch mal sagen mensch der herr müller meyer schulze wie auch immer der heißt der könnte auch mal remote arbeiten der muss nicht immer vor ort sein diese alten denk musste einfach mal auflösen und das ist glaube ich das ding ist halt die leute die in deutschland schon die gute alte telearbeit nutzen das ist so ein editärer kreis und für die leute ist es das selbstverständlichste der welt home office oder telearbeit oder mobiles arbeiten aber für für sehr viele leute ist es halt einfach noch nicht greifbar weil die unternehmen das blockieren und sagen nee und manche arbeitgeber halt naja wenn der nicht wenn der nicht irgendwie im büro sitzt und ich den ich vier zwanzig stunden oder die acht stunden die halt da ist kontrollieren kann dann arbeitet der nichts ist halt auch bescheuerte denke oder die arbeitsleistung in in stunden die gestempelt werden irgendwie festzumachen ist halt auch völliger blödsinn aber sind halt leider viele unternehmen noch so unterwegs das ist halt einfach das problem naja ich finde es interessant mal den einblick von von der schülerseite auch wäre noch interessant gewesen wenn wir jetzt noch jemanden da gehabt hätten der mit mehr mebis arbeitet oder arbeiten muss die arme sau ich habe auf instagram habe ich jemanden der mit mebis arbeiten muss interessanterweise und der hat halt seine story voll geknallt erstens mal dass es nicht scheiße findet was ich auch schon wieder interessant finde weil das sind so quizze und so sachen drin die er schon irgendwie cool findet als schüler auf der anderen seite ist es halt scheiße weil das ding ständig offline ist und dann bringt es halt auch nichts und ist eigentlich irgendwas geplant dass auch irgendwelche leistungskontrollen also schulaufgaben oder so über sowas gemacht werden ist ja eigentlich schlecht möglich da kann man eigentlich nicht machen das ist ja noch nicht geplant also oder mündliche abfragen über teams microsoft teams hast du angerufen videotelefonie ja ich glaube das wird darstellt weil ich meine du könntest es ja auch im zweiten desktop immer offen haben die antworten du musst halt zwei kameras oder mit einem spiegel davor sitzen dass man sieht was naja jetzt ohne spaß also es gab eine überlegung mal dass zum beispiel prüfungen also so mündliche prüfungen auch über skype stattfinden können und das wird ich meine sogar in universitäten wenn wenn leute irgendwie so fernstudium oder so wird das schon gemacht also es ist jetzt nicht so abwegig eigentlich aber ihr werdet halt jetzt in diese situation von null auf 100 reingeschoben und das ist halt einfach ja wahrscheinlich noch alles neuland für eure lehrer und für den lehrkörper ja definitiv weil die sache ist auch die wir haben so eine app in teams die nennt sich hausaufgaben da sollten die lehrer normalerweise die hausaufgaben die sind stellen rein stellen sie stellen sie extra in ihre ordner damit sie nicht aufgelistet werden in dieser hausaufgaben app ihr habt da eine app das wird ja immer interessanter okay ja das irgendwas vom microsoft server entwickelt ist wo man hat wo der lehrer dann quasi hausaufgaben quasi anlegen kann und das wird dann quasi an die schüler versagen und die können dann quasi per da gibt es dann so ein button oben send in da kannst du dann quasi deine ergebnisse oder deine hausaufgabe an deinen lehrer schicken und ja er kann sich das überprüfen eigentlich nett wenn man mal so überlegt eigentlich ganz also ich hätte jetzt ich meine dass microsoft nicht ganz auf der brotsuppe daherkommt wie es so schön heißt das habe ich mir schon gedacht weil ich mein unternehmen brauchen ja oder viele probleme die jetzt eine schule hat die remote arbeitet haben ja auch unternehmen im büroalltag aber damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet dass die dann auch so für hausaufgaben was vorgesehen haben das ist schon echt eine nette geschichte stimme da wirklich sagen ja also anscheinend sind auch schulen tatsächlich auch zielgruppe also auch von dem design her und von den texten wo drinsteht ist es schon sehr auf schulen bedacht ja es ist schon echt gut gemacht ich meine für die leute die jetzt fragen sie mal was was ist eigentlich dieses office 365 oder so vielleicht noch ein kurzer abriss dazu das ist halt die cloud variante von microsoft office von dem klassischen office plus noch kollaborations tools wie zum beispiel microsoft teams was vergleichbar ist mit slack zum beispiel ist ja ein konkurrenzprodukt oder auch teilweise vergleichbar ist mit ja skype nur dass halt skype weniger für kollaboration da ist sondern er halt nur für videotelefonie und chat und teams packte halt noch mehr drauf das ist viel mehr du kannst an dokumenten gemeinschaftlich arbeiten du kannst zum beispiel auch termine organisieren meetings organisieren du kannst deine telefonanlage da anschließen theoretisch und kannst dann darüber telefonieren also da gibt es einige möglichkeiten du kannst auch irgendwelche datenquellen anzapfen und kannst dann wie in slack channel erstellen wo dann irgendwelche daten reingepusht werden irgendwelche notifications zum beispiel was wir jetzt bei kurs of you machen wir lassen unser monitoring da rein laufen und felix und ich wir sehen dann halt wenn wenn es irgendeinem server nicht gut geht dann kriegen wir das über den channel dann damit über das team wie es da heißt das sind ja keine channel sondern teams weil microsoft teams dann hat man teams und keine channel aber das ist das ist einfach office 365 dann gibt es halt noch so jede menge kleinere apps to do apps es gibt den planner für projektplanung da hat man dann so ein kann bahn bord drin und kann dann lustig seine aufgaben da hatten wir schon mal in der folge wo es um trello ging da haben wir schon mal drüber geredet und das ist halt einfach die die cloud plattform von microsoft und dass da dann drunter hast du halt einen sharepoint mit one note und hast dann dokumentenmanagement und all diese baustellen oder exchange online all diese baustellen die man früher als unternehmen lokal hatte im netz die werden halt über microsoft teams dann ja microsoft office 365 werden dann abgebildet genau ja genau ich überlege gerade ob wir noch irgendwas zu dem thema schule haben aber ich glaube außer du hast noch irgendwas wie kommen denn deine schulkollegen damit klar ist gibt es da auch leute die mit sowas überhaupt nichts anfangen können eigentlich unverständlich für die generation aber soll es ja auch geben na also da wüsste ich jetzt nicht dass ich da eine beschwert hat es ist halt teilweise schon ein bisschen fummelig also es steuert sich teilweise schon ein bisschen klobig also da kann microsoft schon noch ein bisschen was machen wenn zum beispiel auch ein dokument gehe und dann auf schließen gehe dann werde ich wieder am anfang von der ordnerstruktur geschleudert ja was irgendwie sehr unpraktisch ist das sind halt so lauter kleinigkeiten ja und man merkt jetzt auch dass die server von microsoft schon ein bisschen zu kämpfen haben klar also ja also es geht noch also man kann sich nicht beschweren aber man merkt dass ein bisschen langsamer genau aber da muss ich sagen ich wie gesagt ich verteidige in letzter zeit oft microsoft ich werde nicht bezahlt aber ich muss sagen dass die microsoft cloud plattform im moment noch am besten mit läuft ich hatte heute eigentlich ein ein meeting von einem dienstleister der hat so eine webinar software benutzt die war komplett am ende also da ging gar nichts mehr und die ganzen dienstleister also auch zum beispiel cisco webex und wie sie alle heißen weil jetzt alle firmen machen auf einmal home office machen auf einmal videotelefonie die einen gut die anderen schlecht die eins sicher die anderen unsicher und da muss ich sagen da funktioniert eigentlich die microsoft plattform im moment noch top also ich habe heute auch mache ja gerade auch home office und habe mit den kollegen über teams die ganze zeit kontakt gehabt und gechattet und gemacht und getan es fluppt eigentlich schon noch ganz gut also also ich kann sogar go to meeting absolut tot kannst vergessen da geht gar nichts mehr ja sind völlig überlastet das ist wirklich absolute hölle glückssache da irgendwas hinzubekommen genau deswegen sage ich also da muss man wirklich sagen respekt dass microsoft das noch so am laufen interessanterweise die wie ist die die sabine benedikt oder so heißt glaube ich die microsoft-chefin in deutschland die war jetzt bei ntv im interview gewesen und die hat halt auch natürlich ist das für die die grinst innerlich glaube ich auch so ein bisschen in sich hinein also die ich meine ist halt auch eine geschäftsfrau und die sieht natürlich auch dass es eine immense werbewirkung hat ich meine ich habe es ja vorhin angesprochen die leute die es vielleicht jetzt ausprobieren die finden es gut und vielleicht kaufen die das dann und dann ist das eine super sache für microsoft und gerade in deutschland hat microsoft ja die letzten jahre probleme gehabt die cloud produkte an mann und an die frau und an die firmen und an die schulen zu kriegen könnte jetzt besser werden und weil da halt jetzt auch ein umdenken stattfinden kann und zum anderen die leute gewöhnen sich dran und man möchte halt sachen die man gut findet und die man gerne nutzt die möchte man ja eigentlich ungern aufgeben und deswegen können wir schon vorstellen dass die für dieses schon so eine innerliche party und die hat das schon sehr viel zu grinsen gehabt in dem interview und bei denen vielleicht noch mal auf wie wie geht microsoft mit der mit der krise um lustigerweise hatte ich bevor sie zu richtig losging vor zwei wochen zwei mitarbeiterinnen von microsoft im haus und die haben halt auch berichtet bei denen ist halt pflicht home office und sie sind damals schon gebeten worden also schon vor über zwei wochen eigentlich mehr oder weniger von zu hause aus zu arbeiten und ja das ist bei microsoft halt alles kein thema weil die technologien die gibt es halt aber man kann halt microsoft nicht mit so einer frickelbude um die ecke vergleichen oder mit einem mit einem was weiß ich büro was vorher nie dafür ausgelegt wurde dass man da remote arbeitet also und skalieren können sie sieht man ja also im vergleich zu vielen anderen läuft das richtig gut bei denen also läuft es noch ja ja genau das muss man wirklich mal neidlos anerkennen und aber die die plattform ist halt auch ausgelegt für ein paar tausend wenn ich sogar millionen kunden die da drauf rumhampeln ich meine man muss das ja auch mal so sehen die asher cloud in den usa da sind so viele kunden drauf und die läuft ja auch also man hört ja sonst würde man ja ständig lesen dass da irgendwelche ausfälle sind oder dass da irgendwas nicht geht hörst aber nicht also da berichtet niemand drüber also gehe ich mal davon aus dass die plattform relativ ordentlich läuft und dass microsoft weiß was es da macht was mir bei teams ab und zu auffällt ich habe das keine ahnung als ich kann ich habe da keinen fehler von meiner seite gefunden dass ab und zu der status nicht richtig angezeigt wird von den leuten ich weiß nicht ob ihr das auch nachvollziehen könnt aber bei mir ist es manchmal oder teams startet irgendwann einfach mal neu wenn es längere zeit im unten in der taskleiste war irgendwann kommt disconnected und reconnected einfach ja also das sind so sachen wo ich nicht das passiert halt einfach damit muss man im moment noch leben ich weiß nicht was microsoft da macht also man darf nicht alles positiv sehen was da läuft aber das ist halt das hat mich bisher am meisten genervt dass es manchmal einfach neu startet oder weg ist und wieder kommt und das ist auch irgendwie unabhängig von ich habe am anfang gedacht okay das liegt vielleicht am virenschutz oder liegt es vielleicht irgendwie am internet anschluss aber das habe ich mittlerweile generell beobachtet also egal auf welchem gerät egal in welchem netzwerk überall tritt dieses problem auf und das gibt es schon seit seit wann nutze ich teams intensiver naja anfang letzten jahres nutze ich seitdem nutze ich teams und seitdem beobachte ich das und das passiert halt immer mal wieder naja und ich sage mal so über die linux thematik brauchen wir gar nicht reden da wäre jetzt tobi der richtige wenn der jetzt hier wäre der könnte uns dann einen erzählen wie office 365 auf linux läuft naja geht so um wunder der nacht aber gut so jetzt sind wir total in diese office schiene gekommen da wollte ich eigentlich gar nicht hin aber wir haben es jetzt mal auch angesprochen dass jetzt leute halt mit office 365 arbeiten david du bist wahrscheinlich auch im home office schätze ich mal also ja zwangsweise oder was ist zwangsweise also ich habe schon letzte woche damit angefangen weil ich einfach gedacht habe ja dann spare ich mir einmal das ganze fahren die arbeit und warum nicht und an für sich läuft es auch ganz gut aber man merkt halt schon so ein bisschen dass dieser ganze flurfunk halt irgendwie fehlt und man merkt auch dass unsere systeme nicht so ganz darauf ausgelegt sind dass so viele leute home office machen ich glaube das haben viele gerade viele unternehmen das problem weil es gibt ja auch viele die glaube ich gar nicht bisher darauf ausliegst ein home office zu machen bei uns ist ja immerhin schon ein tarifvertrag so dass du ein rechter drauf hast also wir sind ja einer der wenigen firmen ich glaube hatte unser personal auch ganz gut gesagt ich glaube gibt es unter zehn prozent der deutschen firmen die sowas auch in ihren verträgen oder hilfverträgen drin stehen haben aber trotzdem ist die infrastruktur hat auch nicht darauf ausgelegt dass alle mitarbeiter home office machen weil das ja eigentlich eher selten der fall ist ich glaube dass hat auch gerade jetzt diese ich sag mal krise so ein bisschen aufzeigt wo denn vielleicht noch auf jeden fall nachbesserungsbedarf ist wie du ja von gemeint das vielleicht doch so ganz gut sind ja auch chancen aber wir haben auch gemerkt also zum glück steigen wir von unseren internen e mail tools und so weiter demnächst um wird auch mehr oder weniger auf jeden fall nötig weil wir haben heute wieder gemerkt auch ein kollege von mir direkt aus dem büro der hat sich fürchterlich darüber aufgeregt weil halt die software die wir aktuell nutzen wenn du einen du kannst halt normal mit leuten chatten und sowas wie gruppen chats musst du leute mal einladen das heißt du bist immer darauf angewiesen dass sich jemand einlädt und der der neu reinkommt kann den chat verlauf nicht sehen von davor was total zwei das ist 1980 oder so weißt du du kannst einfach so nicht richtig arbeiten deswegen haben wir jetzt auch geschaut was gibt es denn für alternativen jetzt hat von irgendeinem projekt oder so die haben so eine art slack ab ableger intern wohl mal gehostet das nutzen wir jetzt gerade so ein bisschen als ausweich plattform weil du da wenigstens ja wie heißt es matter most heißt das glaube ich das ist glaube ich das ist ein konkurrenzprodukt zu rocket chat genau ja irgendwie so was wir bei kurs of you auch haben übrigens rocket chat nutzen wir auch ist ein open source chat kollaborations tool ja matter most gibt es ja das ist so und das benutzen wir jetzt halt so ein bisschen weil das andere halt echt pain in the ass ist wenn du wenn jetzt alle leute im home office sind und du kannst halt auch einfach mal jemanden schnell du kannst einfach mal schnell was reinschreiben das können alle lesen du kannst jemanden taggen so das standard halt was man halt können sollte das was teams halt schon immer kann was was du in discord schon immer kannst und keine ahnung ähm aber das ist halt genau das ist aber ich finde es spannend wir haben jetzt hast du ja den vollen vergleich zwischen diesen ganzen system ja genau also so langsam aber ich bin echt froh dass wir von unserem jetzigen tool langsam wegkommen weil das halt einfach so veraltet ist und ich meine ähm wie gesagt es ist ja kein heal dass ich ibm prinzipiell mag und auch so mainframe aber nicht alles wo big blue draufsteht ist nicht nicht gut also und ich meine es ist ja nicht umsonst irgendwie auf der dreckstool liste seit den letzten 20 jahren immer unter den top 5 ähm ich glaube mehr muss ich dazu nicht sagen ja gut ich sag mal so ähm ibm ist halt nicht dafür bekannt dass sie irgendwelche hippen intuitiv bedienbaren tollen äh tools rausbringt kenne ich jetzt eher wenig tools ja einfach genau ist halt einfach äh wie wie soll man sagen es funktioniert und der user muss sich dem system anpassen genau und für den knall hat ein enterprise einsatz und und chat ist halt kein enterprise einsatz gewesen jahrelang und ähm ja es ist interessant naja aber gut wie gesagt die diese tools die gibt es ja alle man muss sie halt nutzen und man kann sie nutzen wenn sie jetzt verfügbar sind und dann funktioniert das eigentlich schon aber wie du sagst dieser ich glaube auch ich ich habe es ja jetzt so gemerkt die letzten tage äh dass halt diese schnelle kommunikation mal eben kurz irgendwas besprechen oder du kriegst irgendwas mit auf dem flur oder an der kaffeemaschine das ist ja so im büro so der ultra treffpunkt äh wo jeder irgendwie mal den kollegen sieht den man sonst vielleicht wochenlang nicht sieht äh das fällt halt alles jetzt weg das heißt man müsste sich jetzt eigentlich ähm so verabreden dass man sagt man trifft sich jetzt äh im teams und macht gemeinsam mittagspause zwangsweise im video chat dass man dieses soziale miteinander da hat ja genau bei den japanern war es glaube ich die haben das ja schon die setzen da immer irgendwie so eine silbe vor die sachen wie bei uns jetzt tele haben die halt auch eine eigene silbe deswegen ist ja auch dieser scherz bei bits und so entstanden mit dem telebier wenn man sich dann eben trifft das ist dann halt telebier weil telearbeit und dann ist es halt telebier und dann wäre es halt könntest du dann sagen okay dann mittags dann lass uns mal für eine telepizza verabreden bestellt sich jemand jeder bestellt sich ins home office eine pizza und dann macht man den video chat auf und dann isst man zusammen ja aber das das fehlt schon so ein bisschen das stimmt ja du merkst halt auch der so die soziale soziale ausschluss ist halt schon so am start weil ich meine ich kette du gehst jeden mal mit den kollegen irgendwie frühstücken dann gehst du gehst du zwischendrin mittagessen oder holst dir immer noch irgendwie käffchen oder so ich nicht ich trinke kakao aber ähm genau dann gehst du halt irgendwie am nachmittag nochmal oder zum beispiel auch ich bin zwar kein raucher aber ganz oft bekomme ich halt von rauchern mit dass halt gerade das ähm in der in der raucherkabine äh halt einfach quatschen da kommen auch echt gute sachen immer raus du bekommst viel mit oftmals stelle ich mich auch dann irgendwie daneben weil mit den raucherkabinen merkt man zum glück nicht so stark wenn dann irgendwie einer drinsteht aber bekommt man halt viel mit und das das fehlt halt schon und da finde ich wenn du jetzt eh schon eine tool landschaft hast die nicht so der hammer ist äh und dann noch dazu schwer kommt dass es jetzt auch noch so eine lange zeit ist ich meine wenn ich jetzt mal einen tag was nicht mitbekomme mei oder vielleicht auch mal drei tage aber es wird ja jetzt voraussichtlich länger gehen ich bin jetzt schon eine knappe woche im home office und das würde jetzt bestimmt noch zwei drei wochen gehen schätze ich mal das könnte was werden und ich glaube schon dass da halt viel flöten geht weil die kommunikationskanal halt sehr eingeschränkt ist genau man müsste es halt irgendwie organisieren dass man halt trotzdem da immer in kontakt bleibt und das ist halt auch schwierig weil man ist halt da nicht dann gewohnt auf der anderen seite ist es halt auch gut sag ich mal manchmal wenn es halt jetzt wirklich um sachen geht wo man sich konzentrieren muss ist natürlich home office top weil mehr konzentration das stimmt so geht es mir zumindest wenn man dann halt was weiß ich familie und kinder hat oder so sieht es wahrscheinlich wieder anders aus aber von meiner seite her ist es halt so wenn ich im home office bin dann kann ich mich halt auch voll konzentrieren und da habe ich meine ruhe und alles und dann bestimme ich halt die umgebung wie die umgebung aussieht und das ist halt dann einfach nicht gegeben wenn du dann in einem großraum büro oder sowas sitzt aber wir werden sehen wie das jetzt die nächsten wochen so weitergeht vielleicht muss man dann wirklich irgendwann sagen okay man trifft sich auf ein telebier ähm apropos telebier ähm bekannter von 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 uns der justin polnick der ist ja jetzt dj der hat früher mal als ähm journalist bei broadmark gearbeitet gibt es nicht mehr das war früher mal so ein youtube magazin ähm und der hat halt jetzt so letztes jahr seine dj karriere so richtig hochgefahren und äh nächstes äh dieses jahr wollte er eigentlich richtig durchstarten kann er natürlich jetzt vergessen ähm und der hat jetzt eigentlich eine relativ kreative idee ist jetzt nicht allein auf seinem miss gewachsen so wie ich das mitgekriegt habe aber die machen zusammen einen dj stream und bringen praktisch den club zu euch nach hause möchte ich kurz mal werbung dafür machen ähm und das könnt ihr euch dann auf twitch auf youtube glaube ich wird das übertragen und das ist ein 24 stunden dj set wo dann äh ich glaube 10 oder 15 dj dann 24 stunden insgesamt äh für euch auflegen und so und da wollen die halt einfach auch ein zeichen setzen und sagen hey bleibt zu hause ähm und ähm wir spielen für euch und natürlich äh das darf man nicht verschweigen ähm es geht halt auch ums geld weil die haben immense ausfälle einnahmen die halt wegbrechen und die kosten die laufen weiter so geht es ja auch den ganzen clubbetreibern den ganzen bars den ganzen restaurants ähm und die müssen ja irgendwie aufgefangen werden und deswegen kann man dann da auch im live stream natürlich spenden wie es halt bei den meisten live streams mittlerweile ist bei den gaming live streams und co ähm und das vielleicht nur mal so als hinweis also solche innovativen äh geschichten die laufen jetzt auch schon ab kann man ja auch verstehen also wie schon gesagt was mir gerade auch einfällt äh eventbranche wo ich ja früher war die ganzen sachen messen die ausfallen die sind so am rotieren die haben ja nix mehr die haben ja auch schon relativ am anfang ich sag mal der ganzen krise ja schon auch einen offenen brief an die bundeskanzlerin verfasst und gesagt wir brauchen hilfe weil da gehen jetzt ganz 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 viele firmen pleite weil das die leben ja von den events also ja das stimmt ja ich meine es ist ja auch noch nicht absehbar äh wie es jetzt weitergeht ich meine wir sind ja nur so also zumindest ich bin ja nur so indirekt betroffen und und eigentlich wir drei indirekt weil wir wollten ja auf ein konzert gehen und das ist halt gecancelt worden es ist noch kein ersatztermin äh da was ja auch wiederum schwierig ist und auch irgendwie verständlich weil die band die hat ja ihren tourplan der tourplan ist eigentlich komplett durchplant und äh die hallen sind ja auch alle belegt also die veranstaltungsorte die sind ja eigentlich auch alle schon mehr oder weniger monate wenn nicht sogar jahre im voraus in den großstädten äh gebucht und äh da jetzt dann noch einen ausweichtermin zu finden das ist halt schwierig und gerade ich meine äh australier wie parkway drive ist halt schwierig ne die können nicht mal eben sagen naja lass uns mal spontan nächste woche habe ich zeit äh da komme ich mal rum und dann machen wir mal so ein kleines konzert das kannst du knicken und die hätten halt dieses jahr in der olympiahalle gespielt aber wenn man das jetzt mal so realistisch betrachtet wie gesagt heute ist der 18.3 die nachrichten überschlagen sich ja ständig aber heute ist ja der stand so um die 10.000 infizierte in deutschland jetzt überlegt euch mal wenn die regierung nicht eingegriffen hätte und hätte gesagt ja komm hier konzerte alles kein problem macht nur ja dann hätten wir wahrscheinlich innerhalb von einem tag mal so 20 30.000 und leute die sich geht es wie in italien am anfang genau und äh dass das natürlich nicht funktioniert habe ich auch schon auf äh wo war das ich glaube auf instagram auch gesehen leute sich aufgeregt drüber ja unser gesundheitssystem ist ja so schlecht und äh das ähm ist ja kein wunder und dass wir dass wir das mit corona nicht in griff bekommen also ganz ehrlich welches gesundheitssystem das kann noch so gut sein ist auf sowas keines vorbereitet das ist das ist wie ein ddos angriff um es mal mit unserer itler sprache zu sagen auf das gesundheitssystem auf den du noch keine lösung hast und keine firewall oder was auch immer kein cloudflare dass dir den arsch rettet zwischendrin du kannst ja nicht genau du kannst ja nicht sagen äh ja jetzt sperren wir einfach mal die ganzen kranken lass die einfach abnippeln das geht ja nicht das kannst du nicht machen so das ist ja humanitär einfach wahnsinn und ähm da jetzt zu sagen ja das ist einfach nur natürlich da brauchen wir uns nicht vorzumachen es ist viel scheiße im gesundheitssystem aber es läuft auch vieles sehr gut bei uns in deutschland und italien da sieht man es ja wie wie das die niederrafft und äh da sind wahrscheinlich auch viele entscheidungen zu spät getroffen worden und jetzt auf einmal jetzt kriegt man es halt natürlich mittlerweile ist es sind sie in der situation die einfach wirklich mehr als beschissen ist mit äh tausenden toten und ähm das ist wahnsinn und äh wie gesagt da kann man nur froh sein dass unsere regierung und ich bin wirklich kein freund von den meisten leuten die da drin sitzen aber dass die zumindest da mal jetzt schnell reagieren und was mich ja am meisten überrascht ist ja wirklich wie unser herr söder reagiert das stimmt das hat mich wirklich überrascht und ich hätte nicht gedacht dass er bei vielen sachen ähm so eine meinung vertritt und so unterwegs ist das hat mich wirklich überrascht und ich bin weiß gott war kein csu wähler also gottes willen aber ich muss sagen der hat mich echt positiv überrascht und ähm dass wir in bayern jetzt da irgendwie vorpreschen ist vielleicht für manche ein bisschen ungewöhnlich aber ich möchte jetzt niemandem angst machen aber es wird noch heftiger und es gibt ja ähm forscher die ausgerechnet haben dass wenn man das ungebremst loslassen würde und äh die maßnahmen nicht so strikt wären wie jetzt dann hätten wir ruckzuck 30 millionen infizierte bürger hier in deutschland und wenn davon zehn prozent problemfälle werden dann kannst du wirklich sagen da muss ein arzt im krankenhaus sich entscheiden wenn er praktisch behandelt weil dann kommen dann zu viel dann musst du sagen okay dann hast du ein bett und hast fünf patienten und dann musst du gucken dann können wer hat die größte chance noch zu überleben so ungefähr genau das ist ja auch nicht ziel und zweck der sache und das ist halt richtig krass und in der situation möchte ich nicht sein und da muss ich ehrlich sagen da glaube ich auch nicht dass wir hin steuern weil wir sind kein bananenstaat zumindest habe ich bisher immer noch so viel vertrauen in unseren deutschen staat dass wir da nicht hin steuern werden weil wie krass wäre das denn wenn dann der arzt sagen würde okay da kommt jetzt ein 80 jähriger rein mit corona und dann kommt noch was weiß ich ein 25 jähriger mit einem herzinfarkt oder irgendwas oder muss beatmet werden naja dann müsste sich der arzt entscheiden dann würde wahrscheinlich sagen der 80 jährige der können wir nicht behandeln weil der 25 jährige ist ja noch jünger und der hat noch mehr vor sich wenn das überlebt das ist ja das nächste wieder aber das sind dann entscheidungen die möchtest du eigentlich als wie soll man sagen sozialisierter mensch eigentlich nicht treffen wollen also das ist so gewissens entscheidung die ich nicht persönlich treffen möchte und ich möchte auch aktuell kein politiker sein also das ist wirklich aktuell ein hartes business und ich meine man kann natürlich sagen die haben sich jahrelang gut ausgeruht aber es ist ist echt ein ernstes thema und es ist ziemlich heftig naja was mir dazu gerade noch einfällt wegen dem mit dem mit dem gesundheitssystem mit unseren ärzten hat nämlich der liebe daniel konrad und der kunde unser kollege der auch damals schon auf der gamescom dabei war letztens noch gepostet unsere ogs werden sicher genau und zwar ein ich glaube aus in italien kommt sogar genau und zwar gibt es da so ein so ein ich weiß nicht das ist so ein ventil so ein adapter im prinzip der halt sehr hilfreich ist dass man also so wie ich es verstanden habe dass du anscheinend dadurch mit einer einem system quasi zwei leute gleichzeitig beatmen kannst du ja genau unter anderem das ein problem ist dass du nicht genug beatmungsgeräte hast und ja das ganze im prinzip ich sag mal von scratch mal schnell 3d modell entwickelt und das kann man mit dem 3d drucker halt jetzt im prinzip drucken hat sogar jemand auch thingiverse schon nachgemacht finde ich echt krass der hat im prinzip mit seiner firma wird es ganz viele von den teilen drucken die halt momentan und tun sie in den ganzen krankenhäuser in italien so verteilen können wir vielleicht mal verlinken weil das ist echt echt krass finde ich weil das halt wirklich wirklich leben rennen kann genau wenn du den link gerade hast dann packen wir gleich mal in das one note dokument rein genau seht office 365 wir arbeiten darüber nein irgendwann müssen wir echt mal so ein placement mit microsoft ich will sowieso ein interview noch mit der deutschlandchefin mal haben aber jetzt zu corona zeiten ist es vielleicht ein bisschen schwierig ne respekt wirklich das ich will jetzt das nicht ins lächerliche ziehen oder so das ist wirklich ganz wichtig dass es solche leute gibt und da sind wir auch wieder bei dem thema wo ich halt wirklich die kotze kriege entschuldigung aber es ist so wenn wenn leute dann halt wieder sich aufregen über irgendwelche großen unternehmen und die ganz schlimmen kapitalistischen unternehmen wir müssen hier wieder in die planwirtschaft ja wunderbar dann kriegst du so eine krise gar nicht gestemmt na klar und wir haben jetzt unternehmen die ganz groß sind und wir haben auch unternehmer die sich jetzt in der verantwortung sehen aufgrund ihres reichtums da was zu machen wenn wir jetzt hören dass zum beispiel auch ein sap gründer damit richtig rein investieren möchte wenn man jetzt hört dass zum beispiel rewe den leuten aus den gebeutelten branchen anbietet bei sich zu arbeiten die brauchen 3000 stellen also falls ihr da irgendwie betroffen seid veranstaltungstechnik barbetrieb eventbranche keine ahnung dann könnt ihr euch bei rewe zum beispiel auch bewerben oder dass man zum beispiel auch leute in die landwirtschaft schickt natürlich sind das alles nur notlösungen aber man muss ja gucken dass es irgendwie weitergeht dass die leute beschäftigung haben dass dass sie sich ernähren können dass sie ihre miete bezahlen können ihre rechnungen bezahlen können ganz wichtige geschichte amazon man kann schimpfen was man will über amazon hunderttausend neue jobs entstehen gerade in der krise für wahrscheinlich nur übergangsmäßig klar aber es ist eine chance und die sollte man auch nutzen und um da einigermaßen aus dieser krise wieder rauszukommen und das sind alles die sachen wo ich sage da sehe ich auch wieder so ein bisschen licht am ende des tunnels und was ich halt auch gut finde auch halt wieder eine bayerische geschichte schade dass es halt jetzt nur so bei uns im bundesland praktisch stattfindet aber sofort hilfen für unternehmen die und kleine unternehmen die halt wirklich gebeutelt sind die jetzt ad hoc geld brauchen also wir haben ja so viele selbstständige oder leute die halt viel mit menschen arbeiten was weiß ich irgendwelche tanzlehrer lehrerinnen irgendwelche physiotherapeuten yoga kurs geberinnen geber was weiß ich musik lehrer was es da alles gibt die halt wirklich ihr geld damit verdienen dass anderen leuten irgendwas beibringen oder mit an mit menschen arbeiten oder an menschen arbeiten wo jetzt auf einmal von heute auf morgen eigentlich die ja die grundlage einfach wegfällt um geld zu verdienen und das da jetzt so reagiert wird finde ich einfach gut muss ich mal so sagen also da glaube ich versteht der staat schon dass es wichtig ist weil was bringt ihr das jetzt mal ganz ehrlich was bringt ihr das wenn die ganzen unternehmen jetzt alle pleite gehen und dann wenn die krise rum ist dann suchen sie wieder mitarbeiter dann dürfen sie sich wieder neue mitarbeiter suchen hallo es macht keinen sinn also eigentlich muss man schauen dass diese unternehmen weiterlaufen irgendwie also beschränkt natürlich weiterlaufen und danach muss man sie halt wieder hochfahren können und da bringt es nichts wenn das unternehmen insolvent geht erstens mal hat man dann einen riesigen ähm wie soll man sagen verwaltungsapparat oder verwaltungsaufwand akt wie so schön heißt verwaltungsakt geschaffen durch das das halt unternehmen pleite gehen neu gegründet werden danach wieder und was weiß ich der unnötig ist diese overhead wenn man einfach das unternehmen weiter vor sich hin plätschern lässt ähm ja und zum anderen verliert man halt auch wieder wertvolle zeit durch solches äh geplänkel und ich sag ganz ehrlich als 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 unternehmer in deutschland haben wir mehr als genügend bürokratie dann brauchen wir nicht noch sowas ne tja tja das ist so aktuell der stand und vielleicht äh noch was anderes was habt ihr denn für euch so für maßnahmen ergriffen georg hast du klopapier gekauft ne weil ein paar rollen also ein zwei rollen reichen für ein zwei monate ja gut also du benutzt die einblatt methode oder oh Gott ne es sind schon zwei du wechselst du drehst einfach rum ne die wende methode die wendler methode egal egal ne georg hat wahrscheinlich ein chinesisches klo mit wassersprit wie der horst lüning ne wir brauchen halt tatsächlich sehr wenig klopapier haben wir letztens gemerkt wir haben so drüber geredet dass uns eigentlich so ein paar klopapier rollen eigentlich sehr lange bleiben aber da haben wir ja hier eine schöne seite ne ist ja in ne können wir auch verlinken packt das auch mal mit rein ähm also wer noch unschlüssig ist wie viel klopapier erkauft sorry leute aber manchmal muss es dann doch ein bisschen lächerlich werden heute auch trotz des ernsten themas und humor rettet über die schlimmsten zeiten ähm aber nein es gibt eine seite wo man sich sein klopapierbedarf drüber kalkulieren kann und ähm wer noch nicht so weiß wie viel klopapier er bestellen muss oder kaufen muss das verlinken wir dann gleich mal genau genau das verlinken wir dann in den show notes ähm dann ähm kann man sich das da errechnen ne es ist es ist wahnsinn also ähm der der kollege der der holger kreimeyer der hat ja ähm videos gepostet äh wo ich fast vom glauben abgefallen bin ähm wie leute teilweise in deutschland ihr klopapier verteidigen also ist unglaublich also wenn dann steht da irgendwie handelsübliche mengen und dann fährt da so ein opa mit zwei kompletten einkaufsfelgen voller klopapier raus ja ich hab einen großen haushalt und wird dann auch noch aufmüpfig dann wird es halt echt schwierig das erinnert mich kennt ihr das noch mit dem mit dem schlecker opa der da das klopapier genau das muss ich auch nicht show notes was ich mich frage kennt ihr euch noch erinnern an den haustechniker dialog mit den großen haufen was machen diese leute in der krise das ist wirklich ganz schwierig und das ich das ist halt auch ein ein phänomen warum warum muss oder wie kommt man auf die idee ähm dass klopapier ein problem werden könnte bei corona ich meine dass vielleicht die lebensmittel oder so knapp werden das könnte ja noch sein aber klopapier das ist ja was was komplett industriell gefertigt wird ähm also bin ich ganz ehrlich also ich hätte wahrscheinlich als äh jemand der wie soll ich sagen halbwegs vernünftig denkt zumindest so 80% hätte ich halt dann gesagt also klopapier ist das allerletzte wo ich denke dass es dann einen Engpass geben wird durch corona also bin ich ganz ehrlich also ich hab das nicht so ganz verstanden aber das ist ja in jedem Land irgendwie anders ne alle horten irgendeinen anderen Shit also die einen horten irgendwie Wein und Kondome die nächsten Klopapier und Nudeln also ich weiß nicht was das ist Nudeln oder oder Mehl ich weiß nicht ob ob jetzt auf einmal alle Leute anfangen irgendwie Brot zu backen die können doch alle nicht mal backen die meisten können das doch nicht mehr mehr genau die meisten können doch nicht mal mehr backen und also ich ich hab's nicht verstanden warum die Leute mehr Mehl kaufen keine Ahnung meine Mutter die wollte wirklich was backen und die hat kein Mehl mehr bekommen das war alles weg ja wir haben auch wir haben drei Tage nach Klopapier gesucht das ist echt zu ich war kurz davor aber ich hab gesagt wir haben ja kein Klopapier mehr Küchenrollen vernehmt Küchenrolle oder ich hab noch so Werkstattpapier fürs Auto dann hätte ich die Rolle zerschnitten aber das ist echt unglaublich das ist unglaublich du gehst in den Supermarkt und du siehst leere Regale also man denkt wirklich der Krieg bricht aus Seife das Infektionsschutz war auch alles weg also Milch ja gut ich mein das freut die Bauern ja wieder Milch wenn das dann weg geht aber es ist einfach absurd also auch die die Dosen Dosen Geschichten auf einmal keine Dosen mehr im Laden aber nur Ravioli also alles andere nicht auch bei den Nudeln nur nur irgendwie die die schönen weißen Nudeln aber dünkel und so das bleibt alles stehen genau vor allem die Leute müssen ich weiß die Leute haben sich glaube ich keine Gedanken gemacht was man in 14 Tagen wirklich so essen sollte also ich meine wenn ich jetzt wirklich vorsorge das ist ja jetzt mal komplett von von allen absurden Sachen mal abgesehen ist es ja trotzdem wichtig und es gibt ja auch vom Bundesamt für keine Ahnung Katastrophenschutz gibt es ja auch so eine Empfehlung dass man so und so viel zu Hause haben sollte und was man zu Hause haben sollte ist ja auch nicht dumm also das ist ja immer das ist ja auch nicht komplett dumm und deswegen finde ich es ja auch okay wenn sich Leute eingedeckt haben nur es ist halt einfach absurd was die Leute gekauft haben weil es halt einfach überhaupt nicht ich meine ganz ehrlich wer möchte sich denn 14 Tage nur von Kohlenhydraten ernähren der Georg der würde ja drauf gehen das wäre glaube ich das wäre glaube ich nicht gut aber auch für einen was dass ich wachse ne wenn du wenn du eine ganze Woche lang dich von normalen Nudeln ernährst ich glaube dann wächst du nur in eine Richtung die du nicht wachsen willst naja dann habe ich ja ganz doll Bauchschmerzen bei normalen Nudeln das passt ja super zusammen ne soziale Isolation keine Bewegung und Kohlenhydrate ich weiß schon wie das endet wir rollen einfach nur durch die Straßen ja das ist das wird echt schwierig also ich genau keine Bewegung die meisten Leute die checken ja auch nicht dass auch wenn man zu Hause ist muss man sich halt trotzdem so ein bisschen bewegen ich weiß das klingt absurd weil ich jetzt auch nicht gerade der Schlangste bin aber es ist halt so man muss da halt auch ein bisschen drauf achten ähm und diese Hamsterkäufe also ich meine wir haben das sage ich jetzt auch wir haben wirklich auch was eingekauft das ist klar also man macht sich dann schon Gedanken und sagt okay aber halt zielgerichtet maßvoll und was ich ja und was ich halt auch verbrauchen kann und was halt auch haltbar ist und ähm nicht irgendein Schmarrer Toastbrot ich verstehe es nicht alle haben Toastbrot frieren die das ein oder was machen die mit dem Toastbrot das hält dann nur zwei Wochen Toastbrot ist so schnell kaputt das ist das kannst du eigentlich kannst du es knicken wenn du das jetzt irgendwie also total unverständlich und äh David hat schon recht in die Gefrieltur und dann hält es aber schmeckt es dann noch finde ich das tatsächlich ja und ja aber das andere ist Georg hat jeder so viel Platz im Gefrierschrank bei uns der ist ständig voll weil das Bier drin liegt genau das Corona das Corona Bier nein aber es ist der ist halt bei uns eigentlich dauerbelegt also wir sind da weil da wird eingefroren bis zum geht nicht mehr und ähm wenn man halt irgendwas frisch kocht dann wird es halt einfach was halt über ist da ist meine Mutter ist da sowieso Weltmeisterin im eintuppern und einfrieren und dann wird das halt eingefroren und dann ist es da es ist ja gut ne aber ich glaube wenn so eine Krise kommt bräuchte man noch einen zweiten Gefrierschrank um da das Zeug anyway also wenn dann würde ich auf sowas würde ich gar nicht setzen also ich hab was wir jetzt auch so haben ist halt klar ein paar Nudeln haben wir auch ein paar Soßen in Gläsern und so weiter aber zum Beispiel halt auch haltbares Knäckebrot was man auch theoretisch in einem halben Jahr noch essen könnte ähm und ein paar Dosen auch aber das sind halt eher so Sachen wo man sich dann eine vollwertige vollwertige Nahrung selbst erstellen kann und ich bin bei der Ravioli Dose dann halt in der Dose weißt du ich mein drei vier Tage Festivalfeeling ist ja ganz nett aber dann zwei Wochen und ich weiß nicht was mein Magen-Darm-Trakt dazu sagt wenn ich zwei Wochen lang mich von Raviolis ernähre aus der Dose mit den ganzen Konservierungsstoffen und so weiter das ist sicherlich sehr gut für die Magen-Darm-Flora aber hey willkommen in Deutschland es ist einfach absurd naja aber das sind so die Prepper-Maßnahmen also da entdeckt jetzt jeder irgendwie den Prepper in sich ich finde es ja witzig ich habe vor aus technischen Gründen eher vor ein paar Monaten noch Desinfektionsmittel besorgt weil ich damit meine Smartphones reinige und ich benutze es halt auch ab und zu um die Tastatur mal zu Schuss zwischendurch so ein Schnuck zwischendurch das streamelt immer gut im Flachmann einfach mal so so ein Desinfektionsmittel reingekippt ne aber das ist halt wie soll ich sagen also da habe ich immer immer ein bisschen was am Mann ähm muss man mit das klingt so falsch da muss man mittlerweile muss man wahrscheinlich vorsichtig sein auf der Straße dass man nicht überfallen ist dann wie so manche Filme oder dann die ersten Klopapierrollendealer auf der Straße rumlaufen die dann so Klopapierrollen verkaufen für 50 Euro oder so ne aber da bin ich eingedeckt was ich nicht habe das sind irgendwelche Masken aber da wissen wir ja eh das ist Bullshit sich da irgendwelche die meisten taugen halt nix die bringen halt null gegen Corona brauchst du ja wenn die FFP3 und das sind eigentlich in der Regel die meisten sind einmal Masken und die du mehr verwenden kannst die ja also ich meine die hat halt kein normaler Haus genau und die gibt es auch nicht mehr und außerdem ganz ehrlich ähm also da muss dir jemand wirklich aktiv ins Gesicht nutzen äh niesen das ist ja ja vor allem ganz ehrlich bevor ich mit so einer krassen Maske auf der Straße rumlaufen muss dann mache ich lieber freiwillig zwei Monate lang Homeoffice also ganz ehrlich das ist mir dann doch ein bisschen zu heavy also da habe ich dann auch keinen Bock drauf naja ne ansonsten ähm vielleicht noch ein paar ernsthafte Tipps wo ich jetzt wirklich als sehr sinnvoll ansehe ist natürlich Immunsystem stärken das ist gegen jede Grippe sinnvoll ähm was viele Leute auch total unterschätzen ist Vitamin D dass man da halt auch was machen soll ist ja eigentlich ein Hormon aber äh es schützt halt sehr auch vor Infektionskrankheiten und äh unterstützt das Immunsystem dann genug trinken auf jeden Fall auch genug trinken also Wasser und ich habe jetzt zum Beispiel halt auch meinen Vitamin D Spiegel das ist ja was äh muss ich nur kurz ausführen weil viele Leute denken ja gut hier ich ich esse ja genügend Obst und Gemüse aber das Problem ist bei Vitamin D dass man das normalerweise über die normale Nahrung gar nicht genügend aufnehmen kann normalerweise wird das durch äh Sonneneinstrahlung bei uns erzeugt ähm aber im Winter ist halt der Vitamin D Spiegel bei uns allen im Arsch sagen wir mal wie es ist ist komplett im Arsch und dann kannst du entweder du isst jeden Tag drei Kilo Fisch weil da ist es zum Beispiel auch drin in ganz geringen Mengen oder du gehst halt mit Nahrungsergänzungsmitteln ich möchte jetzt niemandem was empfehlen aber ich sag's einfach mal ich nehm's ja auch äh da kann man dagegen steuern das kann man sich auch verschreiben lassen also ich würde zum Beispiel auch euch empfehlen wenn ihr mal wieder beim Hausarzt seid lasst ein Blutbild machen dann lasst ein erweitertes Blutbild machen kostet vielleicht ein paar Euro mehr mit Vitamin D Spiegel ähm weil dann äh kann man auch mal abschätzen wie man dagegen steuern muss ist übrigens auch bei vielen Leuten die im Winter niedergeschlagen sind depressiv werden und so da ist oftmals der Vitamin D Spiegel komplett im Eimer und äh kann man damit auf äh äh peppen das nur mal so als Randnotiz warum Vitamin D und so da können wir jetzt eine Stunde drüber reden äh sparen wir uns aber äh falls ihr da Bedarf seht und das ist wahrscheinlich bei 90% der Leute der Fall weil wir halt in der Region wohnen selbst ihr unten in München die einfach viel zu wenig Sonne abbekommen im Winter äh und und deswegen kann der Körper das nicht auf natürliche Weise aufbauen wird irgendwie ich weiß nicht das wird bei vielen Leuten ist es gar nicht so im Kopf ich hab das irgendwann mal gelesen und da hab ich mich jedes Mal gefragt warum wird das so selten empfohlen oder warum ist das nicht so omnipräsent weil das ist wirklich man unterschätzt das genau ja und dann halt so äh wo waren wir jetzt genau bei den Tipps äh dass man vielleicht halt auch guckt dass man ein bisschen das Übergewicht im Rahmen hält ist natürlich schwierig für die Leute die jetzt schon ordentlich was aufgebaut haben was macht jetzt der Exle 95 genau die können jetzt oder Tanzverbot die können natürlich jetzt nicht sagen okay von heute auf morgen oder Rainer Kallmund ähm der ist ja noch schlimmer weil Risiko allein durch den Alter ähm die können jetzt nicht sagen von heute auf morgen so jetzt bauen wir mal hier richtig was ab äh aber es ist halt ein Risiko muss man halt dazu sagen also je gestresster des Immunsystems Rauchung ganz ganz äh scheiße lass es sein haben wir ja in China gesehen ähm dass die Leute die viel rauchen dass die halt äh ja dass es die halt reihenweise dahin gerafft hat also ich will jetzt niemandem Angst machen um Gottes Willen aber äh es belastet halt die Lunge sehr stark und man sieht also die Raucher die ich im Bekanntenkreis habe die sind ständig krank bei jeder wenn draußen Luftzug ist oder irgendwas äh dann sind die gleich krank ähm da besteht wahrscheinlich auch ein Zusammenhang ne also und äh Alkohol braucht man nicht drüber reden ich meine gut wir sind hier in Bayern ne mal so ein Bierchen oder eine Mass oder Seidler ähm aber ja in Maßen ne und und äh zu viel Alkohol schwächt halt auch das Immunsystem ist halt auch scheiße genau ähm ja ansonsten habt ihr noch für euch persönlich irgendwie Maßnahmen getroffen habt ihr eure Verhaltensmuster irgendwie geändert also ich zum Beispiel äh versuche halt so Türklinken so ein bisschen zu meiden oder halt äh anders anzufassen mit Ellenbogen also ich wasche jetzt nach dem Händewasch hinten nach dem Klo geht in meine Hände aber nein endlich hast du es gelernt nein also das Einzige ähm mir ist nur extrem aufgefallen wie viele Kollegen das zum Teil nicht tun das fand ich sehr erschreckend ähm also Tatsache wir haben sehr viele Mitarbeiter die das anscheinend nicht machen von dem was man zumindest so hört wenn jemand die Kabinentür zufällt und dann die Tür aufgeht ohne das Wasser gelaufen ist dann denke ich mir schon immer so nicht so geil ähm was ich auch ganz was mir vorher ähm also ich hatte es irgendwo schon mitbekommen was mir gar nicht so hundertprozentig klar war ähm viele meinen ja ja jetzt wasche ich Hände nach desinfiziere ich oder erst desinfiziere ich dann wasche ich Hände dann machst du es nur noch schlimmer also entweder oder aber nicht beides gleichzeitig weil wenn du erst desinfizierst dann ähm ist deine Hand deine Haut eh schon angegriffen und dann wäscht du den ganzen Film runter oder wenn du sie die Hände wäscht und dann desinfizierst also es ist kaum aufs gleiche raus das ist totaler Blödsinn und eigentlich heißt es ja auch dass gründliches Händewaschen mit Seife reicht gegen Corona aus also man muss nicht desinfizieren und desinfizieren ist halt wie du schon gesagt hast für die Haut eigentlich nicht gut ähm und die meisten ähm Desinfektionsmittel die sind ja auch nicht so dass sie jetzt Corona wirklich hundertprozentig erwischen und da ist es wahrscheinlich dann effektiver einfach richtig Hände waschen und zwar wirklich scheit da gibt es auch ein paar schöne ein paar schöne Bildchen das sind so sechs Schritte wenn man die halt einfach befolgt meine Güte also das ist ja nicht so viel verlangt genau und es schadet glaube ich nicht wenn die Leute mal ein bisschen wieder lernen äh Hygiene und was ich auch ähm dann kommen wir gleich zu dir Georg ähm was ich auch gut finde dass diese ewige Händeschüttlerei jetzt auch mal weg ist das habe ich richtig genossen jetzt ohne dass dass ich Corona jetzt gut finde aber das war wirklich was wo ich gesagt habe weil ich mag das nicht wenn jeder Huns und Kunst dir die Hand gibt und ähm das ist halt gerade wenn du im Business unterwegs bist ist es halt oftmals schon nervig ne wenn du da irgendwie eine Veranstaltung hast dann hast du 30 Leuten die Hände geschüttelt ja da hast du einen schönen Cocktail dann in der Hand von irgendwelchen Sachen finde ich jetzt nicht so geil habe ich noch nie so gemocht aber es ist halt leider Gottes bei uns in Deutschland weit verbreitet und ähm ja das wird halt gemacht ne aber Georg was hast du so für Maßnahmen beobachtet bei dir oder hast du gar keine äh doch ich habe eine Verhaltensweise geändert ich wasche mir nämlich länger die Hände ähm nämlich äh ich habe da mal ein Bild gesehen ähm wenn du dir bloß ganz kurz die Hände wischst dann äh tötest du quasi so als hättest du überhaupt nicht die Hände gewaschen ja ähm ich singe jetzt immer das hört sich jetzt komplett bekloppt an aber zweimal hintereinander alle meine Ändchen weil damit kommt man ungefähr auf 20 30 Sekunden oder Happy Birthday habe ich auch schon gehört dass man das auch singen kann genau das auch und das mache ich jetzt und dann wäscht man sich auch immer relativ lange die Hände und dann ist dann auch äh wenn man es mit den Tipps von David kombiniert wie man die Hände wäscht dann auch gewährleistet dass der Großteil dieser Viren der sich auf der Hand befindet auch abgetötet ist ja genau also da sollte man halt ein bisschen drauf achten ähm es ist halt auch nicht so dass man da jetzt komplett paranoid werden muss also man ich habe auch gehört dass sich sehr viel äh Corona äh Infektionen halt eher über die Luft entstanden sind und weniger über so eine Schmierinfektion aber es ist halt auch eine Möglichkeit also die sind halt auch auf Oberflächen diese Viren ähm und da ist es halt auch nicht komplett ausgeschlossen dass sowas äh passieren kann aber ich sag mal so ähm an für sich ist ja Händewaschen immer wichtig und wenn die Leute das erst jetzt gecheckt haben dann haben wir eh noch einen ganz anderen äh Fehlstand sag ich mal hier leider ist es bei vielen wohl immer noch so aber äh das sollte ja prinzipiell immer dazugehören weil auch eine Grippe oder andere Sachen übertragen sich ja darüber schnell genau ja und ich sag mal so dieses Bewusstsein ist halt einfach wichtig die Awareness wie man so schön sagt weil Awareness Training Händewaschen genau genau gibt es auch bei Course of View nein Quatsch aber bei uns gibt es äh IT Security Awareness Trainings ähm ja äh ne ähm was wollte ich sagen es ist vielleicht nicht verkehrt wenn die Leute jetzt mehr Hände waschen und ähm muss auch ehrlich zugeben also ich hab bestimmt in der Vergangenheit nicht immer 20 Sekunden mal Hände gewaschen ähm gebe ich auch offen zu äh ich hab sie gewaschen auch äh relativ häufig ach ja so ein Ding halt zum Beispiel wo ich jetzt halt auch äh seit eigentlich schon mehreren Jahren drauf achte äh wenn man halt viel mit dem ÖPNV fährt dann äh geht es irgendwann mal in Fleisch und Blut über dass wenn ich nach Hause komme das erste was ich mache Hände waschen so das ist nicht verkehrt auch wenn Corona vorbei ist generell Grippe Welle was auch immer ist keine schlechte Idee du kommst heim das erste was du machst Hände waschen bevor du den ganzen Scheiß in deiner Wohnung verteilst so das ist auch was was viele Leute wahrscheinlich nicht machen ähm und sich dann wundern was dazu auch gehört ähm wichtig wir haben ja alle unser Handy jeden Tag in der Hand das vielleicht auch mal sauber machen oder auch Mausentastatur da ich meine ne desinfizieren das ist genau das Problem nämlich Alkoholtücher es gibt das ist auch so ein so ein Tipp äh es gibt so für den Arzt wenn er jetzt äh impft gibt es diese Alkoholtücher und die sind erstaunlich gut für Smartphones um die zu reinigen ähm die gibt es in der Apotheke die gibt es auch glaube ich online äh und damit kann man ganz gut sein Smartphone Display und so weiter rein mir gerade mal ins rausgezogen und mach das jetzt gleich mal ja das ist nochmal genau ne aber nochmal ein Tipp los geworden ansonsten ich hab die Erfahrung gemacht auch normales Desinfektionsmittel ist gut da muss man ein bisschen aufpassen weil äh ich möchte es jetzt nicht generell empfehlen weil damit kann man sich auch sein Handy kaputt machen aber die meisten also ich hab hier mein Galaxy Note 9 das hält das problemlos aus und davor hatte ich äh was hatte ich eigentlich davor ein Huawei ein Huawei hatte ich äh P9 das hab ich auch damit äh gereinigt mit Desinfektionsmittel kein Thema gewesen das Handy davor was hatte ich davor das war auch glaube ich ein Huawei auch problemlos also äh das mach ich jetzt schon seit einigen Jahren so und aber es gibt halt Leute die sagen bei denen äh gibt es dann böse Überraschungen dass dann irgendwie sich irgendwie Schutz man muss halt aufpassen es gibt halt es gibt halt so Desinfektionsmittel die wirklich nur für Flächen gedacht sind also mein Kollege hat sowas weil der nämlich ein behindertes Kind hat das er pflegen muss und ähm das hab ich auch mal benutzt um die Tastatur zu reinigen und das hat einfach den Softluck von der Tastatur runter geätzt und meine Finger sind davon richtig trocken geworden wenn man natürlich sowas verwendet ist es natürlich blöd das ist da soll man aufpassen weil das auch nicht gesund für die Haut ist wenn man die ganze Zeit sowas dran bekommt weil das wirklich für Oberflächen ist und das ist halt wirklich eins was halt steril macht für OP-Säle und so Zeugs ja naja gut das ist dann doch ein bisschen übertrieben ähm aber gut OP-Saal ist halt auch eine ganz andere aber an für sich kommt man auch an sowas dran deswegen meine ich also das kann ja sein dass man es falsch erwischt ich habe ganz normale Händedesinfektion benutzt um die Geräte zu reinigen und dafür ist es echt gut auch mal die Tastatur man glaubt gar nicht wie viel Keime sich in der Tastatur ablegen wenn die ständig ihr toucht die die ganze Zeit an ihr seid vielleicht im Büro mal unterwegs dann habt ihr irgendwelche Sachen klinken was weiß ich angefasst geht an den Rechner dann isst man manchmal am PC und dann ja und das Ganze landet alles auf der Tastatur und da sind halt auch Keime das ist aber unabhängig jetzt von Corona also da braucht ihr jetzt keine Panik schieben das ist halt einfach so dadurch wie man die Geräte benutzt das sind halt Tastatur sind halt viele Knöpfe auf einen Haufen die die ganze Zeit gedrückt werden ständig von ja unterschiedlichsten Situationen aus denen man rauskommt und dadurch entstehen halt da einfach Keime die dann da fröhlich vor sich hin gedeihen das ist halt einfach so naja aber das sind so die Geschichten die man allgemein vielleicht mal noch empfehlen kann und dann darf man auch nicht müde werden das Ganze immer wieder zu sagen weil das halt einfach wichtig ist und bei den meisten Leuten jetzt nicht so omnipräsent ist leider genau das sind so die persönlichen Maßnahmen ich glaube habt ihr noch irgendwas oder dann dann schließen wir ich habe Grillanzünder gekauft aber für meine Lampen ne klar alles gut genau ja ne also da ich denke mal man muss da jetzt auch nicht übertreiben und man hat es ja jetzt erst auch wieder in der Presse gehört und es gibt ja auch Statements von Politikern die sagen hey also Essen das ist das allerletzte wo ihr euch drüber Gedanken machen müsst und das war auch wirklich so mein Gedanke schon bevor oder wie diese ganzen Hamsterkäufe losgegangen sind wir sind in Deutschland was ich mir noch vorstellen hätte können dass wenn wirklich was ist wenn sehr sehr viele Leute in Quarantäne sind auch vorsorglicher Quarantäne dann gibt es sicherlich irgendwie eine Möglichkeit sei es Rotes Kreuz sei es Bundeswehr Feuerwehr irgendwelche Hilfsorganisationen THW die dann rumfahren und die Leute einfach mit mit notwendigsten versorgen ich meine das haben wir ja auch bei bei irgendwelchen Überschwemmungen gesehen oder bei irgendwelchen Naturkatastrophen dass dann eben diese Organisationen einfach den Leuten helfen und Essen nach Hause bringen und dann denke ich mal ist das ist glaube ich kein Problem also das ist in Deutschland glaube ich ein gelöstes Problem die Nahrungsversorgung und es gibt ja auch die Bundesrepublik muss ja auch Nahrung vorhalten für den Notfall die haben ja auch für den Notfall irgendwelche Getreidespeicher und so weiter weiß nicht ob das so bekannt ist in der Bevölkerung aber sowas gibt es für den Katastrophenfall hat die Bundesregierung einige Tonnen weiß weiß jetzt nicht wie viel das ist aber einfach an an Getreide und Reis und was weiß ich alles gebunkert um einfach die Bevölkerung satt zu bekommen also und die Regale oder die Hochregallager von Rewe und wie sie alle heißen die sind voll also da braucht man sich glaube ich auch keine Gedanken machen dass da irgendwas passiert ähm aber gut die Leute die haben da irgendwelche Befürchtungen gehabt naja äh Georg du hattest noch ein mal ein harter Cut du hattest ja noch ein Experiment aus den Niederlanden das fand ich ja auch hochspannend genau äh die haben nämlich jetzt geplant ja okay äh lassen wir mal 60% der Jungen und Gesunden sich anstecken dass die quasi diese Krankheit mal gehabt haben und dann sind sie quasi immun und dann werden die anderen Schwächeren nicht mehr krank ja das ist ein gewagtes Experiment würde ich sagen also ich ja da übt auch die WHO sehr viel Kritik weil eben das Problem ist ähm sorry ähm das Problem ist einfach es ist ja noch gar nicht erforscht ob man sich mit Corona nochmal infizieren kann ja das stimmt ja und vor allem man darf halt auch nicht vergessen es gibt ja auch Leute äh die wissen vielleicht noch gar nicht dass sie zur Risikogruppe gehören oder ähm es ist ja auch ich meine das weiß man ja schon äh dass im Vergleich zu einer normalen Grippe äh Corona auffällig viele komplizierte Verläufe hat so und wenn man jetzt sagt okay man infiziert hier mal ein paar Leute die nehmen dann vielleicht den Leuten die Betten weg äh die es ähm auf normalen Wege bekommen haben und dann kriegen die ich weiß nicht wie das Gesundheitssystem ist ob die da ein streber mäßiges Gesundheitssystem haben und bei denen alles top äh Entschuldigung äh alles top funktioniert ähm das weiß ich natürlich nicht aber es ich glaube mal nicht ne also das würde mich sehr wundern und ähm sonst hätte man sicherlich schon öfters mal gesagt ja guckt mal nach Holland was da abgeht die rauchen einfach eine und dann ist wieder alles gut das ist ja genau das was man nicht machen sollte ne also wer jetzt auf die Idee kommt naja dann tue ich mir mal ein bisschen äh Gras besorgen ganz schlechte Idee weil wir haben es ja vorhin schon gesagt Rauchen äh schwächt das Immunsystem und dann äh könnte es halt auch schwierig werden naja aber gut lass mal die Holländer mal ihren ihr Experiment machen ähm ich würde da nicht mitmachen ne ich würde da auch nicht mitmachen also das ist ich habe mir heute auch gedacht bei der einen die jetzt als erste einen Impfstoff äh getestet hat eine Amerikanerin äh puh das weiß ich nicht ob ich das auch so mit mir hätte machen lassen keine Ahnung also da wäre ich doch auch erst mal skeptisch gewesen aber ich habe es auch noch mitbekommen dass wohl in ich glaube in Großbritannien oder sonst ja auch irgendwie so ein paar auf die die kommen solche Corona Partys zu machen wo du denkst so äh hallo nein ja also ich meine man darf es natürlich nicht übertreiben mit der Panik oder mit dem Schutz da gibt es ja auch Leute die jetzt wirklich völlig am Rad drehen völlig freidrehend sind ähm aber jetzt generell komplett zu sagen hey äh ich ähm ich laufe nur noch mit einer Maske rum und die vielleicht nichts bringt unter Umständen oder äh ich äh gehe jetzt gar nicht mal aus dem Haus nicht mal mehr was einkaufen ich gehe in meinen in meinen Atomschutzbunker und bin da jetzt die nächsten zwei Monate ist auch völlig übertrieben aber so eine gewisse äh Awareness äh schadet wirklich nicht naja Awareness haben auch unsere ähm unsere Unternehmen in Deutschland ja bekommen weil sie jetzt gemerkt haben hey Homeoffice wir haben es ja vorher nochmal so ein bisschen ins Lächerliche gezogen mit Tele-Bier und äh Tele-Arbeit und Tele-Kaffee und Tele-Pizza ähm aber äh es hat halt wirklich sehr viele hart erwischt weil ähm die viele Unternehmen die haben halt Jobs schon jahrelang gehabt die man eigentlich problemlos aus dem Homeoffice erledigen könnte aber es war halt nie vorgesehen weil eben die Unternehmer gesagt haben hey äh erst einmal wir vertrauen unseren Arbeitnehmern nicht so weit und wir wollen dass er hier sitzt dass er vor Ort ist dass man kontrollieren kann ob er denn was arbeitet ähm ja dass man das halt auch machen kann indem man sieht was er für Ergebnisse äh liefert ist vielleicht eine andere Geschichte aber ähm und eigentlich ist es ja wenn man mal ehrlich ist das haben die US-Unternehmen schon eher verstanden oder auch die moderneren Unternehmen haben das verstanden eigentlich ist es ja unwichtig wo der Unternehmer äh der der Arbeitnehmer die Arbeit erledigt solange die Arbeit gemacht wird richtig solange die Arbeit gemacht wird solange sich selbst nicht gefährdet das ist ja auch so ein Thema das darf man also ich sag zwar mal ein bisschen lächerlich aber natürlich muss man das auch berücksichtigen äh wenn halt dann irgendwie keine Ahnung die Gewerkschaft kommt und kontrolliert ob die Tischkante richtig abgerundet ist dass man sich nicht verletzt äh das ist dann ein bisschen übertrieben oder dass die Lampe richtig gesetzt ist im Raum ähm aber natürlich muss man auch drauf achten weil es ist ja auch erwiesen dass der Arbeitnehmer im Homeoffice mehr arbeitet als im Betrieb und das ist ja auch immer so ein Argument was ich immer sag wenn jemand sagt ja wir brauchen kein Homeoffice weil zu schwierig und es arbeitet dann keiner mehr äh die sitzen dann alle irgendwie draußen im im Pool oder was weiß ich ne die meisten Arbeitnehmer arbeiten einfach mehr weil sie fokussierter sind und ähm hat vielleicht auch noch andere Gründe weil man vielleicht auch dem Arbeitgeber was zurückgeben möchte weil man sagt hey man macht Homeoffice oder man hat die Chance Homeoffice zu machen dann möchte man den Arbeitgeber auch nicht enttäuschen indem man nichts arbeitet und hat vielleicht auch schneller ein schlechtes Gewissen wie wenn man dann halt mit den Kollegen dann keine Ahnung wenn der Kollege zum 30. Mal erzählt wie toll sein Malleurlaub letztes Jahr war ne das ist dann halt wieder was anderes ähm und deswegen hat es viele halt jetzt hart getroffen lang Rede kurzer Sinn es war auch jetzt schwierig weil zum Beispiel muss man in Deutschland ja ähm oder sollte man halt auch dem Arbeitnehmer ein Gerät zur Verfügung stellen mit dem er dann remote arbeiten kann so das ist für gewöhnlich halt das klassische Business Notebook das Problem war äh die letzten Wochen hat man kaum noch äh Business Notebooks bekommen also HP Notebooks ganz schwierig zu bekommen also diese ProBook Reihe die ja wirklich sehr beliebt ist für für ähm Unternehmen ähm war kaum mehr was zu bekommen und ähm viele Unternehmen mussten dann halt auf refurbished Geräte zurückgreifen äh um ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten dass sie remote arbeiten dann du hast es vorhin ja schon angesprochen viele VPN Systeme oder Remote Systeme sind ja gar nicht ausgelegt dafür dass äh 90% der Belegschaft äh remote arbeitet ähm das ist vielleicht mal gemacht worden für für zwei drei Leute oder so aber nicht für für die flächendeckende äh Belegschaft äh im Unternehmen genau ich hab's mitbekommen von einem ähm Ex-Klassenkamerad von der Berufsschule der ist bei einer Firma die wohl auch ähm viel bei Kunden halt Sachen vertreiben und er hat gemeint die sind so überrannt worden dass sie selber gar nicht nachliefern konnten mit Notebooks und er hat gemeint er freut sich schon auf die Zahl wenn das Ganze vorbei ist weil er gesagt dann wird der Markt so mit billigen Notebooks wahrscheinlich überschwemmt weil die Leute die Kisten die Kisten die haben die quasi aus den Händen gerissen also die kamen nicht hinterher und das ist schon echt äh sieht man halt was auch da noch für ein großer ich sag mal Notstand in der IT bei uns irgendwie immer noch vorhanden ist ja weil der Markt halt einfach nicht gesättigt ist und jetzt auf einmal äh braucht man die Teile halt ähm da vielleicht noch wer ein Surface braucht ich hab noch eins zu Hause ich wollte es bei Ebay reinstellen äh der kann sich einfach mal bei uns melden kann auch mit Klopapier zahlen genau ich nehm auch Ravioli Dosen und Klopapier nehm ich auch an oder so das ist kein Problem nein äh ja aber hab ich wirklich noch also wenn jemand ein Surface braucht einfach melden äh nee aber das ist aktuell halt wirklich ein Thema äh wo ich mir gedacht hab okay da sieht man mal was das für Konsequenzen hat und ähm man sieht halt jetzt auch mit der Wirtschaft also ich ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler oder so aber selbst ich als jemand der sagen wir mal so einen kleinen Einblick von äh von der Wirtschaft hat einfach durch mein Unternehmen und halt durch einfach so politisches Interesse da sehe ich halt schon wirklich krasse Einschnitte wo ich dann auch mich aktuell frage äh wie soll das weitergehen also in allen Bereichen heute ich weiß gar nicht wie viele Autohersteller heute innerhalb von vier Stunden die Produktion eingestellt haben über Pressemeldungen also äh BMW Daimler Opel äh Toyota äh ich glaub bei Hyundai ist sogar schon vor drei Wochen haben die schon dicht gemacht hab ich mitbekommen ähm ja also echt heftig also und das sind ja auch so Sachen ähm schwierig ähm klar beim Auto kann man noch sagen das ist ja zumindest die Hoffnung die viele ähm Wirtschaftswissenschaftler haben ähm ähm dass diese Käufe ähm diese ähm ähm die halt ad hoc Geld verdienen das sie dann nicht mehr nachholen können zum Beispiel ein Wirt kann seinen Verdienstausfall wohl kaum wieder reinholen wie soll das gehen weil äh das ist ja schwierig äh jemand das sind ja Bedürfnisse die jetzt sag ich mal ad hoc befriedigt werden aber niemand äh was weiß ich wenn du dann halt danach wieder essen gehst dann wirst du nicht das Essen wieder aufholen und was sag okay ich hab jetzt drei Wochen lang kein Schnitzel gegessen jetzt ess ich heute zehn deswegen also der Verdienst der kommt ja nicht mehr rein aber die Kosten die laufen ja weiter bei dem Restaurant bei der Gastwirtschaft oder auch beim Hotel ganz schwierige Situation also ähm das wird wohl einige Betriebe richtig hart treffen also bin ich echt mal gespannt das glaube ich auch und was mir gerade noch einfällt ähm zum Thema nicht nur ähm Infrastruktur in Unternehmen sondern auch generell finde ich glaube ich auch ganz spannend und schauen was so mit unserer IT-Infrastruktur auch mit den ganzen Netzen passiert weil wir sind ja jetzt nicht so das Glasfaserland oder dafür bekannt sag ich mal und ich denke mal der ein oder andere wird auch vielleicht in seine Firma ja eine Scheißverbindung einhaben ja da ist ja VPN das ist äh schwierig glaube ich auch noch also infrastrukturell vielleicht auch ein Thema bin ich mal gespannt ja naja der D6 also der Knotenpunkt in Europa in Frankfurt der hat ja schon gemeldet dass äh 30% mehr Traffic jetzt auf dem Netz ist ich meine gut das liegt natürlich auch da dran dass die ganzen Kids die zu Hause sind die fangen ja jetzt an Fortnite zu spielen oder Videos zu streamen oder keine Ahnung äh ich hab vorhin das hab ich leider das war in der Pre-Show vom Podcast hab ich äh NTV noch nebenbei laufen gehabt da war irgendwas mit Netflix noch aber das hab ich dann zu spät gesehen äh was da unten im Laufband durchlief äh bei denen wird's wahrscheinlich jetzt auch ordentlich losgehen also ich schätze mal die äh die sind ja bei AWS gehostet also ich denke mal dass da Amazon noch ein paar Notes nachschiebt bei Netflix damit das alles so fluppt wie es eigentlich sein sollte ähm es ist allerdings halt auch die goldene Zeit für Leute mal was Neues auszuprobieren zum Beispiel auch so Thema ähm ähm Lebensmittellieferung jetzt diese ganzen Geschichten die es in den Großstädten gibt wo viele Leute gesagt hätten also ich kenn's ja bei meiner Verwandtschaft ich hab ja auch Verwandtschaft in München die würden nie auf die Idee kommen sich Lebensmittel liefern zu lassen aber vielleicht jetzt in so einer Krise da kann man sowas mal ausprobieren ne und ähm das könnte auch funktionieren ähm oder auch noch ein anderes amüsantes Beispiel äh Pornhub zum Beispiel ich weiß ob ihr das mitgekriegt habt die haben ja in Italien haben sie den Premium Account einfach mal so freigegeben für alle Italiener ihr habt ja jetzt genügend Zeit dann könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen äh vielleicht ist ja was für euch dabei ähm und es ist eine ganz interessante Entwicklung ähm ich muss ehrlich sagen ich find's halt auch spannend weil so ein System mal am an den Grenzen zu sehen ist halt irgendwie faszinierend aber es ist halt auch erschreckend und es ist natürlich nicht unbedingt beruhigend wenn alle 5 Minuten irgendeine neue Meldung rauskommt und hier neue Infizierte da neue Tote und was weiß ich aber es ist halt wahnsinnig interessant mal so ein System an den Grenzen zu sehen und weil wir sind ja eigentlich schon äh also ich zumindest ich persönlich hätte nie in meinem Leben damit gerechnet dass ich sowas mal erleben würde ich weiß nur das ist ja ist ja quasi wie ein Sechser im Lotto so also nicht im positiven Sinne aber ja ja also ihr wisst was ich meine von der Wahrscheinlichkeit her das ist genauso wie wie ja fast ein Kriegszustand wo man sagt okay äh unsere Großeltern haben vielleicht einen Weltkrieg miterlebt und wir können sagen hey wir haben eine weltweite Pandemie mitgekriegt also ist schon ist schon auch schon krass ne also naja aber ich schätze mal dass es nicht das letzte Mal sein wird jetzt durch das dass unsere Welt immer mehr globalisiert wird kann das schon nochmal vorkommen in unserer Lebenszeit hm ja das würde ich jetzt nicht ausschließen aber ähm das ist ja vielleicht auch so ein Funken Hoffnung den ich da hab aus der ganzen Geschichte dass wir vielleicht unsere Notfallkonzepte das ist ja auch immer das was in meiner Branche mit IT-Sicherheit und so weiter da ist ja auch vieles Kritiker werfen uns ja immer vor wir verdienen unser Geld mit der Angst äh kann man natürlich da auch äh vorwerfen bei Leuten bei äh Virologen und Experten in dem Fall äh äh aber man kann ja da vielleicht jetzt auch viele Schlüsse draus ziehen und äh der Chef vom Robert-Koch-Institut der hat es in der Pressekonferenz ja auch richtig gesagt er würde sich auch wünschen dass man wenn diese Geschichte vorbei ist dass man sich kritisch mit allen Maßnahmen beschäftigt und alles nochmal auf den Tisch haut und sagt so äh was können wir da draus für Schlüsse ziehen also das finde ich auch ganz wichtig und das ist für mich auch eine wichtige Aussage dass man nach der ganzen Geschichte nochmal alle Maßnahmen durchguckt und vielleicht noch Gesetze umschreibt vielleicht noch sich weitere Maßnahmen ausdenkt und wie du denke ich mal auch richtig gesagt hast das wird wahrscheinlich nochmal kommen also vielleicht nicht in 10 Jahren vielleicht nicht in 20 aber vielleicht in 30 40 Jahren nochmal und dass man dann halt da andere Möglichkeiten hat oder vielleicht auch in andere Richtungen forscht wo man sagt Mensch da sieht man einen Bedarf zum Beispiel dieses Thema Beatmungsgeräte da ist man ja scheinbar auch noch nicht so ausgestattet wie es vielleicht sein sollte eventuell und dass man da noch was macht und ich das ist halt eine Chance die man daraus sieht das ist ja genauso wie wenn man das jetzt mal auf unsere Branche umlegt im IT Sicherheitsbereich wenn ich einen Vorfall habe dann muss ich ja auch mal gucken was lerne ich da draus wie kann ich damit umgehen was kann ich da verbessern und das ist vielleicht auch eine Chance die ich aus der ganzen Geschichte sehe naja ähm ich gucke mal auf die auf die Liste was wir noch so haben ist heute sowieso alles ein bisschen improvisiert gebe ich zu merkt er vielleicht auch aber ähm irgendwie es macht jetzt im Moment jeder was dazu und ich habe gedacht okay lasst uns vielleicht auch mal aus einer anderen aus einer technischen Sicht aus einer aus einer Nerd-IT-Sicht oft mal drüber reden ähm weil es ist halt vieles jetzt auch ähm einfach ultra äh politisch oder so klar da geben wir auch manchmal unseren Senf dazu aber ich fand es jetzt einfach mal wichtig äh dass wir mal so äh drüber reden weil wir halt oftmals doch ein bisschen anders äh an Sachen rangehen habe ich halt schon gemerkt als die Mehrheit der Leute ist jetzt nicht immer gut gar kein Fall aber es ist halt vielleicht auch mal interessant eine Meinungsvielfalt zu schaffen ähm und da mal anders drüber nachzudenken ähm was ich gut finde ähm muss ich sagen sind diese ganzen Hilfsgeschichten was man jetzt so mitkriegt also irgendwelche WhatsApp-Gruppen irgendwelche Facebook-Gruppen oder ähm es gibt so Instagram-Aktionen oder auch so ähm ja so Aktionen wo halt auf Twitter so ein PDF dass man halt im Hausflur aufhängen kann wo man seine Dienste anbietet dass man für Leute einkaufen geht und so finde ich alles super muss ich ganz ehrlich sagen und das ist vielleicht auch was Positives dass die Leute wieder äh mehr lernen auch für andere Leute ähm da zu sein und sich gegenseitig zu helfen klingt jetzt sehr kitschig vielleicht im ersten Moment aber ich glaube halt dass viele Leute das äh früher nie gemacht haben oder nie gemacht hätten und ähm jetzt das gehe ich mal ganz weit also ich könnte mir vorstellen dass in vielen Städten äh man nicht mal mehr weiß wer seine Nachbarn sind und seine Nachbarn nicht mal persönlich kennt das ist glaube ich äh bei uns hier ein ganz seltenes oder ein Privileg was wir auf dem Dorf haben dass ich hier meine ganzen Nachbarn kenne und äh dass die mich kennen äh das ist glaube ich in der Großstadt ist das nicht selbstverständlich ähm und ich glaube das ist halt auch was wo man da draus ziehen kann aus der ganzen äh Geschichte ähm jo ach ja Werbung ist auch so ein Thema äh erstens mal Georg du sagst schon ah hast du hast du da was äh ne ich hab keine Werbung ok nein Werbung äh in dem Sinne ist mein Thema dass halt schon Firmen drauf reagieren auf die Corona Geschichte also ich weiß nicht hab ich weiß nicht seid ihr bei ähm Lieferando angemeldet haben heute glaube ich eine Push rausgehauen ne ja die ähm informieren ja schon drüber äh dass die auch auf Corona reagieren Mensch jetzt trink doch mal was deine Stimme kackt voll ab Steffen und ja das ist ich ich rede heute schon den ganzen Tag ich erzähl du mal ja fange ich mit beiden Beispielen dann kannst du das mit Spacet gerade fortführen also ich hab's halt gerade gesehen ähm weil ich letztens noch total Ärger hatte mit DHL und dann hab ich hier gerade gesehen äh DHL großes Werbebanner gerade auf der Seite Wunschort Ablageort auszählen und Pakete dort hinterlegen lassen empfohlene Zustelloption zur Reduzierung von Infektionsrisiken durch persönliche Kontakte haben sie natürlich gleich dafür genutzt ja auf jeden Fall ja und bei ähm Lieferando nicht mehr Lieferheld jetzt ist ja Lieferando die haben halt auch gesagt kontaktloses äh übergeben oder der übergeben Quatsch äh ausliefern der ähm Pizza hab ich ausprobiert ähm schon am Montag hab ich das ausprobiert und hat funktioniert also da ähm hat wirklich der Lieferdienst das dann einfach vor der Haustür abgestellt kommt halt immer drauf an wo man wohnt wie die Wohnsituation es können so in München drin ist das eine schlechte Idee äh es ist halt bei manchen Leuten vielleicht problematisch aber die äh stellen das ab klingeln und wenn du halt weißt ungefähr wann das kommt und das hat wirklich top funktioniert aber wie gesagt ich bin hier auf dem Land andere Situation und ich bin jetzt auch nicht in einem Mehrfamilienhaus äh wo es vielleicht schwierig werden könnte aber an sich die Idee ist gut die haben darauf reagiert ähm ist auch ein gutes Beispiel für für gute Werbung ähm anderes Beispiel SpaceNet bei Antenne Bayern heute gehört durch Zufall die gehen jetzt voll auf das Thema Homeoffice also ja ähm was weiß ich hier diese Klassikerwerbung von SpaceNet hier ja Chef was machen wir hier mit mit dem Homeoffice und Corona und bla ja da gibt es doch eine Lösung von SpaceNet und so äh ist keine Schleichwerbung ich bekomme kein Geld von SpaceNet und ist ist eigentlich auch ein Konkurrent zu uns aber ich ich sag's bloß äh ist ein wirklich gutes äh Marketing hat wirklich gut funktioniert dass man da gleich drauf einspringt und sagt hey weil die Leute äh wenn jetzt jemand zugehört hat irgendein ein Chef und so scheiße was mach ich denn Homeoffice hatten wir noch nie und äh ja ach ja SpaceNet die bieten das an und äh das ist wirklich gut gemacht also da Respekt äh an die Marketingabteilung dass die so schnell drauf reagieren ich mein irgendwo mal eine Mail raus zu knallen äh wir liefern oder wir stellen jetzt auch die Pizza vor die Haustür ist ein Unterschied äh oder ich produziere einen komplett neuen Radiospot und hau den jetzt raus dass da liegen Welten dazwischen also das ist wirklich gut gemacht äh wo ich mir gedacht hab Respekt ähm was halt jetzt scheiße ist zum Beispiel für die ganzen ähm da hat mich heute jemand auf Instagram drauf gebracht für die ganzen Unternehmen die jetzt so in den U-Bahnhöfen bei euch äh Plakatwerbung gemacht haben in München und in großen Städten weil die leben ja davon dass da tagtäglich tausende Pendler mit den U-Bahnen fahren und was weiß ich alles ja und das glotzt sich halt auf gut Deutsch keiner mehr an ne die paar Leute die da noch fahren ähm ja ne das ist halt auch blöd hat mein Werbebudget rausgeknallt aber es kommt halt irgendwie nicht an ja ist auch schwierig naja so viel zum Thema Werbung aber da werden wir noch einiges sehen weil ich meine ähm die Leute werden jetzt kreativ müssen sie auch werden um Geld zu verdienen und ähm ich glaube Six hat da auch eine Werbung rausgehauen aber die sind ja da immer mit relativ schnell dabei ja äh ich meine was auch ich glaube was auch noch gut funktioniert sind diese ganzen Carsharing-Dinger dass die halt jetzt dafür werben dass man nicht mehr mit dem ÖPNV fährt und ähm ja stimmt stattdessen halt die haben nämlich Werbung gemacht ähm kann ich mich noch erinnern kam noch eine Push-Nachricht dass sie ihre Fahrzeuge jetzt viermal so oft wie sonst am Tag desinfizieren ja schön ähm ja macht alles irgendwie Sinn und ähm warum nicht ich meine äh das wäre Blödsinn wenn man das jetzt schlecht finden würde weil es ist halt einfach ist ja auch nicht verwerflich ne es ist ja die werben ja jetzt nicht mit irgendwelchen Tierversuchen oder äh keine Ahnung was na gut ne aber wir gucken mal was auch ähm natürlich da auch immer ansteigt ist der ganze Scam rund um äh rund um so ein Thema das ist ja immer so wenn wenn so ein weltweites Thema ist dann ähm nutzen natürlich auch irgendwelche Kriminellen das für ihre Zwecke sei es jetzt auf der analogen Welt dass dieser Enkeltrick benutzt wird in Verbindung mit Corona äh oder dass es irgendwelche Fake Shops gibt wo es dann halt noch Klopapier zu kaufen gibt oder Desinfektionsmittel und Mundmasken ja das ist wohl eher das dass man eben Desinfektionsmittel und Mundmasken ähm was ich halt auch krass finde ist dass ähm zum Beispiel gestern habe ich mal geguckt dass wir sogar über unsere Kurs of Use Seite mit Google AdSense ähm Werbung für äh Masken ausgeliefert haben ob das jetzt seriös war keine Ahnung weil da haben wir ja keinen Einfluss drauf das ist halt auch immer das das Dilemma sag ich mal mit mit Werbung schalten über solche Dienstleister weil du hast halt nicht mehr in der Hand was wird da eingeblendet äh ganz schwieriges Thema ähm ja genau Malware ist auch so ein Thema also Emotet wird mit Sicherheit auch bald über Corona E-Mails rausgehen da könnte ich fest da kann man fest von ausgehen dass sich die Cyberkriminellen da irgendwas einfallen lassen haben wir schon gehabt ähm in Verbindung zum Teil auch mit äh sie wir haben sie beim was auch immer Pornofilme schauen Masturbieren gefilmt und so ja das ist ja der Klassiker aber ist jetzt halt wieder neu aufgelegt in dem Sinne haben wir auch schon welche bekommen genau mit Corona dann irgendwas ähm klar Fake Shops hatte ich Enkeltrick hatte ich auch schon Phishing ja keine Ahnung da lassen die sich sicherlich irgendwas einfallen also da muss man auch immer ein bisschen kritisch sein auch ähm das ist auch noch so ein Thema mit den mit diesen ähm Apps also da gibt's so Corona Apps die angeblich dir dich warnen wenn du dich in der Nähe von da gibt's seriöse da gibt's aber auch unseriöse Anbieter äh die dich dann halt warnen sollen wenn jemand in deiner Umgebung ist der halt Corona positiv oder irgendwas ist also auch mit Vorsicht zu genießen was man sich denn da runterlädt und ob das überhaupt so sinnvoll ist immer mal checken welche Quelle hat es denn kann das überhaupt sein also auch mal so überlegen kann das überhaupt sein dass eine App weiß genau ähm ob mein Nachbar irgendwie Corona hat ähm die muss ja irgendeine Quelle haben so und ähm das solche Daten bekommt man ja nicht einfach so ne und da muss man halt gucken kann das überhaupt sein ne aber mit Sicherheit wird's da noch mehr Schund geben der da in den nächsten Monaten über uns einbricht aber wo du gerade sagst ähm mit hier äh Handy Apps und so äh auch vorhin äh von Kunna gesehen auch gepostet ähm dass die Telekom jetzt wohl auch zusammenarbeitet mit ich weiß gar nicht Robert-Koch-Institut oder solchen Dingern halt ähm eben um wohl auch die anonymisiert oder wie auch immer ähm die Handy Verkehrsdaten Metadaten auszuwerten um vielleicht auch so äh eine mögliche Ausbreitung eindämmen zu können ja also bin mal gespannt finde ich grundsätzlich sinnvoll ich meine wir haben jetzt ganz ganz äh spezielle Zeiten und äh wenn man mal überlegt nix ist mehr wie vor zwei drei Wochen äh in Deutschland äh und in Europa und ich finde das mittlerweile sogar auch ein legitimes Mittel dass man äh vielleicht über Smartphones oder über Bewegungsprofile von Leuten dann halt einfach äh Rückschlüsse zieht auf irgendwelche ähm Ansteckungen und wir haben ja jetzt diese Technik äh diese Smartphones ich meine das sind jetzt ganz andere Töne von jemandem der im in der IT-Sicherheit arbeitet und jemand der für Datenschutz ist wie ich aber in dem Fall in so einer Notsituation äh hier geht es wirklich um viel und vielleicht kann man durch diese Bewegungsprofile und durch diese Infektionsgeschichten einiges daraus ableiten wie sich das Virus verhält und wie die Infektionsketten sind kann vielleicht gezielter auch Leute in Quarantäne stellen äh um das Ganze besser zu beherrschen also ich denke mal schon dass die Technik da uns sehr weiterhelfen könnte ähm da darf halt dann nicht irgendwie die DSGVO wieder im Weg stehen und sagen nee sondern da muss man halt auch dann mal sagen okay scheiß gut Deutsch jetzt dann scheiß mal auf die DSGVO ähm die sowieso in vielen Bereichen nur Probleme macht äh und wir schauen erst mal dass wir dieses Problem in den Griff bekommen ne also das ist schon echt wäre eine Chance mal wieder die man da auch ergreifen könnte vielleicht ist ja auch äh Thema Lernen aus der Pandemie ist vielleicht auch ein Thema dass man vielleicht bei der DSGVO noch den einen oder anderen Kniff anwendet und die noch ein bisschen rund schleift gut wo du aber gerade noch gesagt hast auch wegen ähm wegen vielleicht muss man auch mal vielleicht ich sage nicht solche Sachen wie die DSGVO ein bisschen außer Acht lassen ähm was ich ganz interessant finde ist halt jetzt auch der eine oder andere Arbeitgeber ähm gerade jetzt in Bezug darauf weil ja Leute die mit Kindern ihre Leute also ihre ähm Kinder jetzt zu Hause betreuen müssen dass die auch sagen ähm wir weiten jetzt den Arbeitszeitrahmen den gesetzlichen Rahmen können sie nicht verändern aber an für sich den sie gesetzt haben ein bisschen auf und sagen hey ihr könnt auch wenn es jetzt Homeoffice ist mal außerhalb von unserer Regelarbeitszeit arbeiten ihr könnt äh Sonderurlaubstage kriegen die Leute genehmigt weil es halt einfach anders nicht geht ja es sind halt wirklich schwierige Zeiten und es gibt halt ähm das hat heute auch ein Unternehmer ganz schön im Interview gesagt wir sind an einer Situation die du eigentlich nicht vorbereiten kannst oder wo du eigentlich du kannst schon Sachen vorbereiten aber halt nicht ins kleinste Detail und es gibt auch niemanden den du fragen kannst also selbst der erfahrenste Unternehmer steht jetzt irgendwie vor vor dem Nichts oder vor der Frage was macht er denn und ähm das kannst du halt nicht irgendwie äh erfragen weil es gibt niemanden der sowas schon mal mitgemacht hat und da erlebst du selbst Leute wie was weiß ich meine Oma die sagt ja keine Ahnung also sowas habe ich noch nie mitgekriegt die ist über 80 so und ähm das ist halt echt eine Situation da stehen wir alle jetzt davor und wissen nicht so recht äh wir müssen halt erstens mal den ganzen ähm Experten vertrauen wir müssen viele Maßnahmen die wirklich sinnvoll sind die müssen wir ähm mittragen auch wenn sie einschneidend sind und äh man sollte halt auch aufpassen es ist halt auch wieder jede Menge Schund im Netz unterwegs zwecks Fake News und auch irgendwelche Verschwörungstheorien und natürlich springen die alle darauf ein ich bin ja mal gespannt was die ganzen Impfgegner sagen wenn wenn dann mal Impfstoff draußen ist der hilft nein das machen wir nicht wer wäre krank von ja das das könnte echt interessant werden das könnte noch echt interessant werden naja aber das ist soviel zu dem Thema ähm wie ja vielleicht noch ne ne ach ne das mache ich am Ende äh gehen wir nochmal auf das Thema Technik ähm ja ich gehe auch davon aus leider Gottes dass wir Probleme kriegen werden mit Hardware Lieferungen also wer bei äh Kurs of You Services Kunde ist mit Hosting und so weiter ähm wir haben uns damit schon beschäftigt wir haben auch unseren Kunden schon eine E-Mail geschickt zu ähm Covid-19 oder halt zu ähm Corona ähm wo wir die Kunden drüber informiert haben also die Server die bei uns im Rechenzentrum stehen wir haben ausreichend ähm Ersatz-Hardware die uns wenn man den normalen ähm Verschleiß von so einem System anzieht oder von dem Datacenter ansieht dann haben wir in den Datacentern wo wir unsere Server stehen haben noch ausreichend Kapazitäten äh die haben auch wahnsinnig viele Sicherheits äh Mechanismen hochgefahren es werden Isolierteams gebildet manche Mitarbeiter dürfen sich jetzt erstmal nicht mehr begegnen ähm also man tut alles dafür dass dass da der Betrieb ganz normal weitergeht das ist vielleicht erstmal die beruhigende Geschichte was mich ein bisschen beunruhigt ist halt einfach weil wir hatten ja damals auch nach Fukushima das war 2011 glaube ich oder 2012 hatten wir ja auch das Problem mit den Festplatten äh dass die nicht mehr lieferbar waren und ich könnte mir vorstellen dass uns da auch was drohen könnte Es gibt ja bei den Automobilzustellen ja auch schon Automobilhersteller ja auch schon Lieferengpässe bei vielen Teilen weil die ganzen Werke in Asien drüben nicht mehr laufen also ich denke auch dass das schon durchaus relevant ist und deswegen war auch so meine erste Idee äh wir arbeiten da ja mit einem zuverlässigen Partner zusammen was unsere Rechenzentren angeht äh und dann habe ich halt mal Kontakt mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten aufgenommen oder mit den Informationssicherheitsbeauftragten und äh wir haben uns da mal ausgetauscht was für Maßnahmen die ergreifen und hab mich da rückversichert ähm das ist vielleicht auch so ein Tipp von meiner Seite wenn ihr äh vielleicht ein kleines Unternehmen habt oder was weiß ich bei einem Hoster seid und nicht bei Kurs O4U seid wir haben es ja für euch schon gemacht wenn ihr Kunde bei uns seid äh dann informiert euch da mal wie sieht es denn eigentlich mit dem Rechenzentrumsbetrieb aus also der ist äh bei unserem Rechenzentrum aktuell noch wirklich gut gewährleistet die tun sehr viel dafür ähm natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen alle Eventualitäten deckt es natürlich nicht ab ähm aber ich sag mal so man kann da nicht alles abdecken es wird sehr viel getan das ist wichtig Hardware ist noch im Haus ordentlich wir können noch einige Monate problemlos das überbrücken ähm und äh genau und was jetzt auch noch gemacht wird ähm es werden zum Beispiel auch die Netzzugänge zu Providern die halt sehr stark frequentiert sind Telekom Vodafone äh werden jetzt noch mal Telefonica die werden jetzt noch mal aufgebohrt äh um einfach den ganzen Traffic der jetzt durch die ganzen Homeoffice Leute durch die ähm Leute die sich irgendwas streamen oder über einen VPN laden oder was auch immer um das einfach abzufedern ähm weil die Leute halt jetzt mehr im Netz verbringen und da äh hat man jetzt auch schon Maßnahmen ergriffen einfach und das möchte ich noch noch auf diesen Wege nochmal an unsere Kunden weitergeben dass man sich da aktuell noch keine Gedanken machen muss äh und dass wir halt auch äh vorbereitet sind äh zusammen mit unserem Rechenzentrumspartner naja was ähm vielleicht noch allgemein da haben wir auch sicherlich wer im äh IT-Business unterwegs ist ich glaube es gibt kein Unternehmen was nicht an seine Kunden irgendwas rausgeschickt hat äh wir haben natürlich auch Maßnahmen ergriffen es gibt keine Kundenbesuche mehr die Awareness Trainings die stehen jetzt auch erstmal still also da möchte ich jetzt auch keine Awareness Trainings machen äh wahrscheinlich gibt es auch keine Firma die jetzt sagen würde hey komm mal zu uns hin wir schicken mal unsere Mitarbeiter in eine große Halle oder einen Sitzungsraum ähm und mach da mal ein Awareness Training ähm das steht natürlich erstmal alles still ne das ist ganz klar ähm ähm und bei uns jetzt äh 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 voraussichtlich bis 20. ähm April und dann müssen wir weiter gucken mehr können wir nicht sagen es gibt aktuell auch keine Treffen mehr zwischen den Teammitgliedern also wir sind ja hier jetzt auch in Mumble wir werden uns jetzt auch erstmal nicht mehr treffen auch äh Felix und ich äh werden uns jetzt auch erstmal persönlich nicht treffen und das sind einfach so Schutzmaßnahmen es wird auch keine Dienstreisen geben und jeder gibt so ein bisschen auf sich Acht ähm und das sind so die Maßnahmen die wir jetzt intern getroffen haben für QSO4U Services äh eurem Dienstleister äh eurem IT-Dienstleister ähm aber gut man kann nicht alles abdecken und es ist so dynamisch die Lage ähm äh ist schwierig eigentlich müsste man sich jeden Tag drüber unterhalten was man jetzt ändern könnte ähm und muss dann drauf reagieren ja äh eine Geschichte die ist recht gut ausgegangen zum Glück ähm der Kollege der Adam Adam Wolke von Skyline TV habe ich heute gesehen der ist zum Glück aus Teneriffa jetzt wieder ähm auf dem Heimweg der hatte ja ähm eine Quarantäne in einem Hotel dort verordnet bekommen ähm 14 Tage soll er da drin bleiben ich glaube die Bundesregierung hat ja jetzt auch irgendwelche Abholflüge geschickt in alle möglichen Länder also ist auch krass 100.000 deutsche Bürger sind auf der Welt verstreut machen Urlaub und so ist ja legitim ne weil ich meine das ist sicherlich auch äh letztes Jahr so gewesen nur letztes Jahr hatten wir halt Corona nicht und die müssen jetzt alle wieder heimgeholt werden also ganz krasse Geschichte und ja deswegen also äh hat er nochmal Glück gehabt und ähm alles Gute Adam falls du das hier hörst ne und bleib gesund äh versuche es gilt natürlich auch für alle anderen Zuhörer ähm aber krasse krasse Geschichte einfach ähm jo ich denke mal wir sind so fast am Ende eine Frage an euch noch äh wie seht ihr eigentlich die Geschichte mit den Ausgangssperren wir haben ja aktuell jetzt die Situation wie gesagt Stand heute 18.03. ich versuche den Podcast so bald wie möglich online zu stellen äh es gibt jetzt hier in Deutschland noch keine großen Ausgangssperren es gibt eine Stadt die heißt Mitterteich irgendwo ist es glaube ich sogar Oberpfalz ich habe keine Ahnung ja es ist in Oberoberpfalz genau äh da gibt es ja mittlerweile jetzt eine Ausgangssperre wärt ihr würdet ihr sagen das ist ein gutes Mittel oder sagt ihr wie können die nur ich weiß halt nicht also im Mitterteich ist halt die Rate an Corona Kranken extrem hoch gegangen da kann es schon sinnvoll sein weil normalerweise finde ich die Ehren der kritisch zu sagen man macht eine Ausgangssperre ja weil naja ich weiß erstens nicht ob das wirklich so viel bringt eine Ausgangssperre zu machen und zweitens kriegen die Leute zu Hause einen Koller ich ach das äh vor allem wenn du keine Ahnung so eine ganz kleine Wohnung hast und was weiß ich du drehst dich einmal rum und siehst dann alles oder wie David gerade in das haben wir jetzt den ganzen Podcasten auf Schluss gehalten aber jetzt muss es raus jetzt muss es raus ähm David nimmt nämlich heute den Podcast aus der Speisekammer auf wie so ein so ein Trapper einfach da sitzt er da drin rechts und links Regale mit Ravioli Dosen und Klopapier genau also beim David ist noch Klopapier zu holen nein ähm ja ich könnte mir schon vorstellen dass es schwierig wird also ich bin aber soweit ich ja weiß oder informiert bin äh sind diese Ausgangssperren ja einfach ähm nicht so ganz strikt wie man davon ausgeht also dass man zum Beispiel äh trotzdem noch einkaufen gehen kann oder wer zum Beispiel joggen geht äh oder was weiß ich aus gesundheitlichen Gründen oder halt auch aus in dem Fall sind es ja eher psychische Gründe die ja auch nachvollziehbar sind mal raus muss dann kann er ja trotzdem raus muss halt einen guten Grund haben äh und dann halt auf Abstand gehen äh und dann ist es ja auch okay also das äh wäre ja also aber ich gebe dir recht grundsätzlich habe ich schon ein bisschen Problem damit die äh ja so unsere Grundrechte einzuschränken aber es ist halt im Moment schwierig da zu sagen hm da schränken wir aber die Freiheit der Leute ein naja gut aber wenn der Virus tausende in den Tod reißt dann ist die Freiheit der Leute eigentlich auch nichts mehr wert ne wenn man das mal so sieht ist echt schwierig ne weil ich bin ja sonst auch nicht so drauf also ich bin ja oftmals sogar sehr liberal bei vielen Sachen aber jetzt in dem Moment denke ich mir halt hm bei manchen Sachen sollte man vielleicht dann doch ein bisschen anders rangehen oder wie siehst du das David? also ich sag mal so ähm prinzipiell bin ich da jetzt auch eher vorsichtig und ja ich Grundrechte einschränken ein bisschen schwierig aber ich sag mal nachdem ich heute äh ich bin kurz mit dem Fahrrad ähm einmal wollte ich Geld einzahlen ähm auf die Bank und dann hab ich mir nur gedacht äh also wie gesagt man muss es ja nicht übertreiben so aber ich sag mal ob es jetzt sinnvoll ist sich in Cafés oder in der Pizzeria äh in Massenansammlungen zu treffen oder auch die ganzen ähm Schüler die jetzt ich sag mal Ferien sind es ja auch nicht aber Schule ausgesetzt sind der Sinn ist dass die jetzt dann alle irgendwie in 30, 50 Leuten äh Gruppen da rumhocken finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig weil das jetzt auch nicht gerade unbedingt zur Besserung beiträgt aber ich sag mal also ganz hart gesagt wenn die Leute vielleicht auch nicht mal also da geht es ja nicht nur darum dass sie selber nicht ansteigen das ist ja schon oft gesagt sondern einfach es gibt ja auch Leute die halt einfach Risikogruppe sind und um die geht es ja weil bei den meisten bei uns denke ich mal wird es ja eher wahrscheinlich so verlaufen dass sie nicht mehr mitbekommen aber das ist eben genau das Problem ich hatte eben auch noch ähm äh ein passendes Bild dazu gesehen hatte ich auch eben mal kurz in unseren Internetchat reingeschrieben wo das ganz passend dabei steht ähm wenn eine Person ähm sich quasi ich sag mal nicht die sozial zurückzieht in dem Sinne dann steckt sie in 5 Tagen 2,5 Personen im Schnitt an und nach 30 Tagen skaliert es hoch auf 400 406 Personen bei 50% weniger Kontakt sind wir schon bei 1,25 Personen die angesteckt werden und am Ende 15 nach 30 Tagen und wenn man 75% den Kontakt einschränkt dann kommen wir noch auf 2,5 Personen nach 30 Tagen also es ist ja schon durchaus sinnvoll aber ich sag mal wenn die Leute jetzt nicht mal wirklich irgendwie den Schuss hören und mal ein bisschen das Hirn einschalten dann wird das wohl vielleicht leider die Konsequenz daraus sein auch wenn das halt echt krass wäre aber was was wollen wir machen ja ne das Ding ist halt wenn die Leute sich nicht einschränken dann wird das halt ewig so weiter gehen dann wird das so lang rumseuchen bis es halt wirklich sind wir in 2 Jahren noch dran Richtig und das ist halt einfach auch schwierig und das können wir auch wirtschaftlich nicht also dann können wir hier echt dann haben wir echt riesige Probleme und geschweige denn wie viele Leute das dann halt nicht überleben werden das ist ja gerade auch das Tragische jetzt mal den kompletten Wirtschaftsfilefanz jetzt mal zur Seite gesteckt dann wird das halt echt ein riesiges Problem für die Gesellschaft und ich glaube da haben die wenigsten Leute Bock drauf und gerade auch die sag ich mal Halbstarken die jetzt immer im Moment noch grinsen und sagen ich bin ja jung mir passiert das nicht und ich mache hier Corona Partys ich treffe mich sonst wo ich gehe noch in irgendwelche Privatpartys ganz schwierig und die wird es dann halt treffen wenn es halt dann Oma und Opa erwischt und wenn die das halt dann eben nicht überleben das muss man halt wirklich mal so knallhart sagen die werden sich dann umgucken und deswegen muss man da halt jetzt wahrscheinlich Maßnahmen ergreifen die halt wirklich nicht gerade angenehm sind und es muss halt für alle Leute klar sein dass es eine absolute Ausnahmesituation ist und dass es kein Mittel ist was man halt ständig ergreifen sollte kann wie auch immer und es muss halt eine Ausnahmesituation bleiben aber es muss halt oder es ist halt wahrscheinlich jetzt angemessen und es gibt ja auch dieses Seuchenschutzgesetz und das erlaubt ja dann auch mehr einzugreifen in das Leben der Leute einfach müssen wir uns vielleicht halt einfach mal auch ein bisschen mehr die Leute oder wir am Riemen reißen das ist für alles an alle weil ich habe auch keinen Bock also weil meine Eltern sind auch ganz klar Risikogruppe mein Vater ist auch schon ein bisschen älter ich habe da keinen Bock dass da nachher was passiert ganz ehrlich so weil wie gesagt mir wird wahrscheinlich nicht viel passieren aber ich habe keine Lust dass es nachher irgendwie Anschlüsse daraus zieht deswegen passe ich da aktive rauf genau und deswegen vielleicht auch den Appell das ist jetzt so ein guter Abschluss nochmal an euch denkt mal über eure Verhaltensmuster nach achtet auf eure Mitmenschen denkt vielleicht auch mal drüber nach wer könnte denn da Risikogruppe sein zum Beispiel bei meiner Oma jetzt das ist halt auch so die hat am Anfang das auch nicht so ernst genommen fand ich auch ganz ganz niedlich wo sie gemeint hat naja sie hat die Rede vom Herrn Schröder hat sie gehört wie Schröder kann er Söder meinst du sicherlich ja von Herrn Söder und jetzt jetzt ist sie da voll in dem Thema drin und deswegen ist es ja auch gut muss er wirklich sagen dass in dem Fall so jemand wie der Söder sich halt dann auch mal hinstellt und eine längere Rede hält und der ist ja auch jemand glaube ich der auch bei den älteren Leuten vielleicht noch ein bisschen Einfluss hat und den Leuten weil bei meiner Oma war es so ihr ganzer Bekanntenkreis die ist ja in zig Vereinen und was weiß ich alles organisiert wie halt klar ältere Leute so sind wenn sie in Rente bis jetzt und jetzt merken sie so langsam und jetzt schränken sie sich auch ein jetzt werden Geburtstage abgesagt und man achtet mehr drauf meine Oma die geht halt jetzt nicht ständig außer Haus und was weiß ich wir kaufen für sie ein und so aber das ist halt alles so eine Geschichte das braucht halt alles Zeit und dann muss man die Leute halt mitnehmen und ich denke halt ja es ist eine schwierige Zeit aber man kriegt schon irgendwie hin und wie gesagt man kann ja es gibt ja so Möglichkeiten und jetzt kommen wir wieder zum Anfang wie zum Beispiel so ein Telebier dass man sich dann einfach mal für ein paar Monate hoffentlich nicht aber für ein paar Wochen mit seinen Leuten dann einfach mal bei einem Telebier trifft in Microsoft Teams in Skype oder in Citrix gut bei denen geht aktuell nichts oder bei Cisco oder keine Ahnung FaceTime Discord wie sie alle heißen und macht dann halt einfach mal eine Videokonferenz und trifft sich da mal auf ein Bierchen geht sicherlich auch eine Zeit lang geht natürlich nicht immer und ich weiß also klar soziale Kontakte ganz wichtig aber wir müssen das halt jetzt einfach mal so durchgehen und wir bleiben euch auf jeden Fall bestehen außer uns rafft es alle dahin ich hoffe es nicht und dann machen wir unseren Podcast weiter die IT Welt die dreht sich ja trotzdem so ein bisschen weiter weil IT Welt geht halt auch aus dem Homeoffice zum größten Teil und ja dann wenn wir uns beim nächsten Podcast hoffentlich nicht mehr aus der Absteckkammer weil hier ist es echt warm Leute ja genau David hat heute schon mal so ein bisschen geübt wie es ist in der eigenen Wohnung in Quarantäne zu sein aber was tut man nicht in meiner 1,5 Quadratmeter butze aber hat sich schön häuslich eingerichtet mit LED Stripes schön die Kabel vom Interface rausgelegt damit auch keine Coronaviren über USB übertragen werden getrennte Rechner DMZ und so nein genau Firewall ist die Tür dann genau ja ne Leute bleibt gesund und haltet die Ohren steif genau und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder und dann wird es eine ganz normale Folge werden und ja bis dann bleibt gesund Servus 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 Vielen Dank.